Ich bin wieder auf Tour, liebe Mutzis. Das als kleine Verkündigung ganz am Anfang. Und jetzt dann gerade, also ab Oktober. Im Oktober geht es wieder los mit meiner Zero Tour. Und wenn ich sage wieder los, dann sage ich zum letzten Mal los. Weil die paar Tourtermine, die wir jetzt noch haben, kommen vielleicht noch zwei dazu, ist noch nicht ganz klar. Aber was jetzt halt gerade so online ist, das ist sicher. Und für die Tourshows, sagt man das so? Nein, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Für die kann man Tickets kaufen auf www.joel-von-mutzen-becher.ch oder der Link hier in den Shownotes. Und kommt vorbei. Es wird ganz, ganz geil. Das sind die letzten Termine. Also wirklich sind es die letzten. Darum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nochmal sehen wollt, es hat sich natürlich verändert. Kommt vorbei, tolle Support-Acts auch dabei. Alles mögliche an wirklich la crème de la crème von der Schweizer Comedy, wo sich bereit erklärt hat, bei mir Support zu spielen. Matteo Gutenrath, Josep Britsa, Leila Ladari, Teddy Hall, Bache Matelae. Also wirklich hohe Qualität. Abgesehen von mir. Darum kommt vorbei, jetzt ein Ticket zu kaufen auf www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Hallo, hallo, hallo. Ist gut? Ich bin glaube ich noch ein Läuter. Wie hörst du das? Ich sehe es. Ah, du siehst es. Gut, das kann ich ausgerutschen. Ah, das ist gut. Das ist gut. Den ist gut. Ich habe nur gesehen, bei mir ist es im Gehlen knapp Roten und bei dir ist es nur im Grünen. Ah, okay. Jetzt, jetzt bist du auch etwa dort. Ja, ja, ich muss es schon ein bisschen überschlagen, oder? Ah, das liebe ich. Podcasts, wenn es richtig überschlägt, dann kannst du nichts mehr machen. Wir haben... Ja, aber wenn es... Wenn es schon überschlagen hat, dann hast du eine überschlagene Aufnahme. Ja, das ist fertig. Aber heute kannst du einfach recht krasse Sachen machen. Wir haben jetzt den Sommer an den Festivals, haben wir Podcasts aufgenommen für Studio 404. Und wir haben bei der einen Aufnahme hat der Baschi gespielt. Am Heiter ist das gewesen. Oder nein, am Gampel ist das gewesen. Und es war mega laut. Und dann hat die Aufnahme nicht funktioniert. Du hast die Hälfte der Aufnahme, du hörst einfach nur den Baschi, komm bringen, hei. Und nachher haben wir es aber durch so eine KI, so ein Programm durchgelassen. Ja. Hey, und der Baschi ist weg gewesen. Das ist wirklich... Du kannst mit so einem Programm, wo die KI irgendwie das steuert, kannst du irgendwie ganze Musiker wegrationalisieren. Die sind ja gerade... Der ist weg gewesen. Ganz weg. Und man hat uns supergut gehört. Gut, andere hätten sich vielleicht gewünscht, dass wir uns wegdeht und man den Baschi gehört hat. Aber es ist einfach krass. Ich habe mega gestaunet, was da möglich ist. Ich finde, das merkst du ja auch bei so Mash-Ups. Ja. Es ist ja gar nicht mehr so im Trend, weil man ja jetzt alles machen kann. Früher sind ja Mash-Ups... Es ist ja die grosse Kunst gewesen, dass du es schaffst, a cappella vom einen Song zu haben und instrumental vom anderen Song. Dass du das hast zusammenlegen können. Ja. Und jetzt ist es einfach so... Jetzt ist es ja gar kein Ding mehr. Jetzt singt ja der Johnny Cash Barbe-Girl und was weiß ich. Ja, es ist... Es ist ein wenig unheimlich, Hamigau. Wenn so Sachen plötzlich mega einfach sind. Oder auch Photoshop. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mal Photoshop lernen. Jetzt kann ich einfach sagen, mach das. Und dann hat der Mutzabecher am Baschi seinen Kopf und das ist gut. Weißt du, das ist gar nicht mehr... Ich muss das gar nicht mehr so mega mühsam mit Ebenen verschieben und so. Das Leben wird schon einfacher. Wenn man es richtig nutzt, ja. Ja, zum Glück kann Kai noch keine Comedy. Ey, ich glaube es nicht. Also wir haben es schon probiert. Ich habe letztes Jahr einmal einen Gag eingebaut. Aber in ein Video haben wir ihn dann wieder rausgeschnitten. Das war schon schlecht. Aber hast du nicht Angst, dass Kai irgendwann lustig wird? Und dann so deine Programme schauen kann. Und dann, dass die künstliche Intelligenz eigentlich wie weiss, wie du Jokes schreibst. Und dann plötzlich so... Joel von Mutzabecher Jokes machen kann und dir ein Programm schreiben könnte. Das wäre aber spannend, weil ich weiss ja selber nicht, wie ich Jokes schreibe. Weißt du, und was jetzt genau die sind, die sie ausmachen, sozusagen. Nein, aber was ich, so wie ich es verstanden habe, wie Kai funktioniert, ist, nimmt sich ja, du gibst einen Auftrag und es nimmt sich alle erdenkliche Informationen und aufgrund von dem kreiert es dann etwas. Das heisst, es nimmt ja eigentlich nur, was auch immer es kreiert, nimmt es aufgrund von bestehenden Sachen. Genau, ja. So, und irgendwie nimmt es von dort auch so das Populärste. So habe ich es verstanden. Das heisst, wenn du jetzt eben irgendwie sagst, mach mir ein Comedy-Set, dann habe ich schon das Gefühl, dass Kai das herkriegt, gute Jokes zu schreiben, auf so einem, ich sage jetzt, hohen Open-Mike-Level, sogar einem sehr guten. Und ich mache seit zwei, drei Jahren Comedy-Level, so, oder? Was ich aber finde, was ja dann an den Comedys wirklich ausmacht, ist das Live-Erlebnis mit, nicht nur den Interaktionen mit den Leuten, sondern einfach schon nur das Gefühl, dass jetzt gerade etwas Einzigartiges passiert. Ja. Und selbst wenn jetzt, sag mir irgendein Riesen-Comedian, der dir gefällt. Ricky Gervais. Also, selbst wenn Kai es dann herkriegt, Ricky Gervais Jokes zu schreiben, werden sie nur geil sein, wenn du Ricky Gervais selber dir effektiv performt. Ja, aber eben, ich meine, er könnte sie ja für sich dann schreiben lassen und hätte dann quasi, er würde sie ja dann gleich performen. Aber es würde ja nicht mehr... Bei seiner letzten Show hatte ich eh das Gefühl, er hätte... Er hätte Kai Gervais. Ja, wobei, ich habe jetzt eben gerade so bei Ricky Gervais, ich habe ein bisschen gestockt, weil er so, es ist so ein All-Time-Favorite, aber so, was er so in letzter Zeit gemacht hat, bin ich jetzt auch nicht mehr so mega Fan gewesen. Oder bin ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen von, es ist schon sehr auf der Anti-Voke-Schinne, so, wo er da gerade ein bisschen mitfährt und sehr improvisiert. Und eben auch bezüglich Jokes, die sind ja auch zum Teil uralt, also nicht nur von ihm uralt, sondern wirklich so, eben Stossenwitz. Ja. Und dann denkst du, ja, das könnte natürlich Kai schon machen. Ja, eben, nein, das ist... Aber schon nur, hast du sicher mal geschaut, Talking Funny. Oh. Ah, Achtung, mach einen Witz im Stil von Joel Vermutzenbecher. Achtung. Joel Vermutzenbecher ist bekannt für seinen viel guten Humor, die oft eine Mischung aus Ehrlichkeit, Intelligenz und Ironie beinhaltet. Hier ist ein Witz im Stil von Joel Vermutzenbecher. Jetzt kannst du ihn vortragen. Achtung, okay, warte, ich muss schnell, ich muss etwas überlernen. Kannst du es ein bisschen grösser machen? Okay, und kannst du jetzt noch ein bisschen nach rechts, weil ich sehe es wirklich, es ist genau hinter der Kamera. Okay. Ich sehe es noch nicht ganz. Jetzt kommt er, jetzt kommt er da. Das hat der Ricky Gerasi auch gemacht, den Witz vom Teleprompter abgelesen. Stimmt, er hat sie vom Teleprompter abgelesen. Also, warte, jetzt kann ich da führen, jetzt sehen wir es. Okay. Ja. So, jetzt probiere ich natürlich so zu performen, wie wenn ich würde performen. Ja, ist gut. Okay. Warum ich nie einen Marathon laufe. Genau so, weil ich es übertreibe. Ich habe gehört, dass am Ende keine Medaille gibt, sondern nur eine Banane. Und ehrlich gesagt, laufe ich nicht 2,14 Kilometer für eine Banane. Dann gehe ich lieber zum Supermarkt. Dann bekomme ich eine ganze Stauden. Ich habe jetzt gelacht, weil es so schlecht ist. Aber ja, wieso nicht? Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt ist der Wahnsinn. Bist du beleidigt, dass Kai dir das Niveau attestiert? Ist okay. Ist okay. So schlecht ist er jetzt nicht gewesen? Ich habe das Gefühl, das hat einer sein können, aber ich habe ihn nicht reingenommen. Aber so von der ganzen Joke-Thematik, sage ich jetzt mal, war das wahrscheinlich im vierten gewesen. Im vierten Programm? Ja. Okay. Dort habe ich gefunden, ich will wirklich so kurze Jokes schreiben. One-Liners. Nicht gerade One-Liner, aber so. Ja. Dort habe ich mir wirklich das Ziel gesetzt, ich schreibe jetzt wirklich Jokes. Ja, ja. So, das habe ich vorher nie gemacht. Und dort habe ich gefunden, für das mache ich es jetzt. Also das hast du das erste Mal gemacht? Das hast du noch nie ausprobiert? Nein, das habe ich gesehen. Ah, ich dachte, das hast du sicher schon ausprobiert. Nein, nein, nein. Und ich habe mal irgendwie, eben so im Stil von, weiss doch auch nicht, Louis C.K. Oder was weiß ich. Weil eben, hast du mal gesehen, Talking Funny. Nein. Dort ist ja auch der Gervais dabei. Ja. Der hat es, glaube ich, sogar organisiert. Okay. Und das Hocken, das ist jetzt sicher 15, 20 Jahre her. Ja. Vielleicht auch 10, aber irgendwie lange her. Dort sitzen der Gervais, der Louis C.K., der Jerry Seinfeld und der Chris Rock. Mhm. Hocken zusammen und es ist so ein bisschen, es ist fast ein Podcast, wenn du so willst. Sie haben es als Fernsehsendung gemacht und sie reden einfach über Comedy. Ja. C4. Und dann gibt es eine Szene, wo der Seinfeld, vielleicht findest du das sogar, sorry. Der Seinfeld, Louis C.K. sagt, ah, mein Lieblingsjoke von dir ist da und da. Kannst du das mal machen? Und der Seinfeld will nicht machen. Nein, ist okay. Machen du, machen du. Und dann macht dann der Seinfeld, halt so wie er ihn im Kopf hat. Und dann sagt der Louis C.K., siehst du, du hast jetzt, mein Joke ist jetzt wie deiner geworden, einfach schon nur aufgrund von deiner Performance und wie du das sagst. Ja. Es ist im Kern das Gleiche, aber es ist ein komplett, es gibt ein komplett anderes Gefühl dazu, wie es der Jerry Seinfeld gesagt hat. Ja. Und das sind dann halt die Mini-Nuancen, das Ganze, aber findest du diese Szene, das gibt's wahrscheinlich als einzelne Clip. Seinfeld, das, Louis C.K. Joke, oder so. Das dritte. Das wird 33 Sekunden gut, yes. Es läuft noch ein, ein anderer im Hintergrund. Ah ja, ich hab jetzt gerade gedacht, die Reden an die Hunde drei. Sehr anstrengend. Okay, kann ich noch mal sagen? Kann ich noch mal sagen? Ja. Ich kenne die Tür, meine Frau, ich kenne die Peine, ich kenne die Kinder, ich kenne die in die Fahrt, ich kenne die Frau in, ich kenne die Frau, ich kenne die Frau, ich kenne die alles klar ist. Es ist so viel Arbeit, um eine Familie in einer Fahrt zu finden. Ich kenne die Tür für meine Frau auf der Passagerseite. Ich kenne die Fahrt, auf der Passagerseite. Das ist meine Vacation. Das ist wie es geht? Das ist eine komplett Seinfeld-Version. Ich meine, du hast es wirklich gepolst. Du hast es wirklich gut gemacht. Du hast es wirklich gut gemacht. Du hast es wirklich gut gemacht. Aber es ist etwas völlig anderes, oder? Ja. Ich hatte immer das Gefühl, das wird es nie schaffen. Ich glaube, plötzlich, aus dem Nichts, habe ich immer gedacht, Comedy ist ein brotlosen Job. Es ist einfach ein gefährter Beruf. Wer weiss nicht, man ist unsicher. Und unterdessen ist es einer der sichersten Berufe, weil es nicht ersetzbar ist. So ein Jurist, keine Ahnung, so Paragraphen gehen, dann kann ich viel schneller. Die sind ersetzbar, KV. Aber ein Comedian, da brauchst du wirklich noch einen Menschen mit Fleisch und Blut. Wahrscheinlich. Ich habe eher das Gefühl, zum Beispiel Late-Night-Jokes, so One-Liner, wo es um aktuelle Themen geht, oder? Wo eh schon nach einem Schema funktioniert hat. Dass du immer gesagt hast, okay, wir haben, keine Ahnung, Trump hat das wieder gemacht. Und dann suchst du eine zweite Tabelle mit, wie könnte man Verbindungen finden zu dem, was er jetzt gemacht hat, zu etwas, was sonst passiert ist. Oder zu irgendeinem von seinen Attributen. Und dann schreibst du fucking 20, 30 One-Liner über das. und einer davon kommt dann in eine Show oder zwei oder drei. So, oder? Ich habe das Gefühl, das kann ich irgendwann sehr gut machen. Ja, voll. Wenn es ein Mensch auch wirklich so programmiert, dass man sagt, das ist das Schema, das machst du so, oder? Ja. Ich meine, dann wird vieles, ja, so die mühsame Arbeit, wo eigentlich einfach nur, eben, es klingt, das ist ja auch Joke-Writing, aber dort ist es eigentlich nur Tabellen bearbeitet, oder? Ja. Das ist wie im KV, dann. Das kann sicher eine KI machen. Das stimmt, ja. Hm. Aber eben, ein Programm zusammen. Ich meine, wir haben ja zusammen an deinem Programm gearbeitet. Ja. Und das ist ja dann schon nochmal... Ich glaube nicht, ja. Ich glaube, ich hätte dich als Regisseur von meinem Programm nicht ersetzen können durch KI. Das kann... Das kann ich... Das ist... Das ist kein grosses Kompliment. Nein, es ist... Nein, ich glaube, es geht auch nur schon, dass einer da ist, um das Händchen zu halten, und also die emotionalen Aspekte, und irgendwie ermutigen, und irgendwie andere Blickwinkel einnehmen, und ich glaube, ja, so weit ist so ein irgendein Computerprogramm, glaube ich, nicht. Und eben, weil es ja so etwas Individuelles ist, weil ja du dann völlig andere Vorstellungen hast, von wie die Programme sollen aussehen. Ja. Kann dir K.I.F. sagen, okay, das ist drei Erfolg, viel Spass. Ja. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht kohärent mit, was deine Vorstellungen sind, wie der Ablauf von diesem Programm sollte sein. Genau. Also... Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dort braucht es schon die... Die emotionale... Alles, was eine emotionale Intelligenz braucht, wird lange gehen. Das ist... Ich glaube, jemand ist nicht einverstanden mit einer Meinung da. What is that happening? Wollt du greifst? Das ist... Das ist die menschgewordene Koi da oben, wo... Wo sich... Ja, ja, ja. Rett du nur. Ich bin schon lange emotional intelligent. Ich bin schon lange emotional intelligent. Nein, es ist... Also es kratzt an der Decke. Sehr beruhigend. Das ist ein wenig unheimlich. Es gibt so japanische Filme, wo immer so Kratzgeräusche kommen. So Phantomen... So... So... So weit im... Rabbit Hole von... Indie-Filmen bin ich noch nicht wie du sollte. Ich brauche noch ein paar Jahre. Ich will ja nicht wissen, wie du auf dich gehoben bist. Also... Ähm... Ich glaube, das Kai-Thema haben wir behandelt. Ja, ist gut, ja. Oder? Dann kommen wir doch mal zu deinem ersten Feelgood. Ja. Oh, mein erster Feelgood, genau. Ich habe mir ja etwas überlegt, das Konzept. Ja. Wie ich gerade gesagt habe, meine Frau ist ja Kindergärtnerin. Und weißt du, du musst immer alles so ein wenig... Du musst es ein wenig erlebbar machen, oder? Ja. Und jetzt habe ich mein erster Feelgood mitgenommen. Komm, ich fange gerade an. Es ist äh... Es ist ein Kinderbuch. Hör mal! Wimmelbuch im Zoo. Oh, du hast mit... Du hast effektiv mitgebracht. Äh... Und... Mein Feelgood-Moment ist eigentlich der da da. Achtung! Das ist eben das... Oh, ich muss noch einschalten. Das hier. Ist cool, oder? Ja, das ist eigentlich schon gewesen. Und es ist eigentlich... Was hast du jetzt Druck, dass das kommt? Äh, so ein Knopf. Es ist so ein Zoo-Buch und du kannst dann... Es tut dann auch eine Geschichte erzählen und es hat immer so Musik. Und da hat es jetzt... Hast du gesagt, damit du nicht mal selber musst du dem Kind vorlesen? Genau, es hat eben ein Handwerk. Es ist wirklich... Das Buch macht alles für dich. Und das ist mein Feelgood-Moment, dass ich nicht mehr ausfordern muss. Nein! Es ist... Nein, mein Feelgood-Moment ist... Ich habe jetzt deine Reaktion gesehen. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Total unbeeindruckt. Was macht jetzt der Creep da mit der Musik? Und ich so... Ja... Und... Mein Sohn... Er ist jetzt anderhalb... Sobald die Musik kommt, macht er den Disco-Finger und geht so ab. Geil. Und das ist für mich ein absoluter Feelgood-Moment, weil es ist so... Sobald noch einmal die Musik läuft, ist er völlig im Film hinein. Und ich habe bis jetzt noch kein anderes Kleinkind oder Baby gesehen, das das macht. Und es ist einfach so... Wir glauben zusammen selber nicht. Und es ist einfach so... Es... Das reisst mich auch so mit. Und... Und ja... Es ist ein kleiner Feelgood-Moment. Und es reicht eben so eine einfache, simple Melodie. Und... Und ja... Und darum... Ich schaue gerne mit ihm so Büchle mit Musik an. Das ist mega geil. Dann habe ich einen Feelgood-Moment. Ähm... Tüte auch schon... Ähm... Also... Hat auch schon einen Musikgeschmack. Merkst du schon, ob es... Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel ininterpretiert. Aber ja, wohl... Er hat zum Beispiel... Das Lied von Pippi Langstrumpf... Es ändert einmal ein bisschen... Weisst du das... Hey Pippi Langstrumpf... Also ich hatte... Das Problem ist, ich habe Text nicht von... Ich mache immer selber Texte. Ja. Ich erfinde irgendjemand. Ja. Drei mal drei gibt... Keine Ahnung... Ja. Dann singe ich das. Aber es geht nur schon die Melodie und nachher finde ich das super. Okay. Einen Geschmack auszumachen... Ich glaube schon so die einfache... Die einfache Melodie sind schon die, wo es... Also so Charts... Ich glaube, wenn du so irgendwie irgendwie so Energy laufen lässt oder so... Dann... Ist schon mehr dabei. Vielleicht jetzt mehr als... Als... Bei klassischen Musik... Wir haben so ein Bücher mit so klassischer Musik... Findet ihr auch gut? Also von dem her... Ja ja... Ich tue ihn jetzt musikalisch bilden... Ich fange mal an mit Jazz... Weisst du mal Jazz? Das ist ja dann der Punkt... Man muss ja dann... Man muss ja dann überlegen... Wo und wie... Probiert man... Probiert man... Die eigenen Musikgeschmäcker... Ja... So ein bisschen einfliessen lassen... Ja... Ich frage mich dann... Weisst du... Weisst du... Früher ist noch die gute Musik gewesen... Weisst du... Nachher bringe ich dann so die alten... Indie Rock... 90er... Weisst du... Das ist noch Musik... Jetzt hör mal zu... So... Und schau... Nicht an das neue KI-Zeugs vor... Ich bin mega gespannt wie... Wie das... Ich kenne sie so in der Beziehung zu meinem Vater... Er hat einfach immer so... Sein alten Zeugs... Ja... Äh... Geleset hat... Und ich habe es irgendwie noch easy gefunden... Aber es ist ja wirklich immer das gleiche gewesen... Und er ist nicht so mit der Zeit gegangen... Mit der Musik... Ja... Und ich behaupte von mir... Dass ich doch jemand bin... Wo... Ein bisschen am Puls bleiben... Aber ich merke je älter das ich werde... Desto mehr... Ja... Lose ich doch dann auch wieder das Zeugs... Was ich vor 10, 15 Jahren gelesen habe... Und ich bin einfach gespannt wie sich so das... Ich habe das Gefühl... Er wird jemand sein... Was sich für Musik interessiert... Das ist irgendwie Augen... Oder Ohrenfällig... So... Und äh... Wie sich das weitergeht... Ob ich ihm diese Musik zeige... Was er cool findet... Oder er sich dann schämt dafür... Was ich höre... So... Ich habe das Gefühl... Es ist irgendwie... Wie gut... Dass man es... Dass man es in jungen Jahren mal gehört hat... Aber... Wie eigentlich mit allem... Du musst ja dann wie die eigene Erfahrung machen... Genau... Das heisst... Äh... Wenn zum Beispiel mein Vater mir mal... Ein Nachmittag lang... Ein Sinatra gezeigt hat... Oder... Weil er wirklich gefunden hat... Das musst du hören... So... Dann... Sag ich nicht in dem Moment... Wow voll geil... Er zeigt mir Sinatra... Das finde ich jetzt der Shit... Aber... Keine Ahnung... Zehn... Fünfzehn Jahre später... Habe ich mal eine Phase... Wo ich irgendwie... Swing... Sachen los... Wahrscheinlich... Ich glaube sogar beruflich... Initiert... Weisst... Irgendwie... Weil ich einen Song gebraucht habe... Wo ich gefunden habe... Was könnte ich noch einigermassen singen... Von meiner Stimmlage... Weisst du... In der Stelle... Ja... 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 Und dann findest du... Das ist noch ein geiler Song... Und das ist irgendwie noch gut... Und... Mir wurde Chuck Berry... Ein Song immer zu tot gelöst... Wo ich auch okay gefunden habe... Und irgendwann habe ich gemerkt... Aha... Aber Chuck Berry hat... Abgesehen von dem Song... Ja... Die CD im Auto... Man hat einfach immer... Jedes Mal beim Autofahrer... Die CD gelöst... Das Kassettchen... Aber Bob Dylan entdeckst... Immer... Es gibt kein Mensch... Wo Bob Dylan gezeigt... Und dann findet... Ah ja... Toll... Sonst... Irgendwann... Hast du... Der Moment... Wo es dich hittet... Wie so auch immer... Und dann hast du... Zum Teil kurze... Zum Teil sehr lange Bob Dylan Phase... So... Hey... Mal schauen... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... So... Ja... Ja... So ein Party-Tigger... Weisst du... So... So... Gedanken machen... Natürlich... Das ist... Ja... Aber nein... Es ist mega schön... Ich liebe Musik... Und meine Frau auch... Und das ist so... Cool... Dass man das Gefühl hat... Das überträgt sich irgendwie... Also das ist das erste... Was ich erkennen... Ich glaube... Irgendwann... 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 An ein Konzert... In vielen, vielen Jahren... Das ist so... Ich habe... Natürlich... Es ist wahrscheinlich... Eben... Etwas... An... Ja... Wahrscheinlich... Die Band von Wimmel... Wimmel... Wimmel-Band... Was ich ein bisschen creepy finde... Ist halt so die Kindermusik... Weisst du... So die... Es gibt doch so Kinder... Kinder-Bands... Also... Nicht... Nicht gegen die... Dass sie das machen... Ich meine... Kinder haben mega Freude... Aber ich finde es irgendwie... Irgendwann... Irgendwann... Ja... Ja... Aber... Ich habe das Gefühl... Da bin ich schon trotzdem... Ein bisschen zu realistisch... Ja... Und sehe einfach nur... Die riesen Cash-Bags... Im Hintergrund... Oder... Ist das so ein Business... Kinder... Also wenn es wirklich... Wenn es wirklich... Wirklich... Annenkriegst... Ist es natürlich... Ein massives Business... Und... Und dann finde ich es irgendwie... Nicht ganz überraschend... Dass... Es passiert... Und öfters... Kriegst du irgendwie... Ein Saison-Programmheft... Oder so... Heingeschickt... Weil irgendwie... Du bist dort auch... Irgendwann einmal... An einer... An einer... Kruden-Zistig... Ist dein Soloprogramm dort... Ja... Dann bekommst du so... Okay... Und dann hast du so... Okay... Die Artists... Die spielen dann... Zum Beispiel... Am Samstag spielen sie... Ihre normale Show... Und am Sonntagmorgen... Ist dann das Kinderprogramm... Ah... Das habe ich auch schon gesehen... Ja... Der Dodo oder so... Hat irgendeiner... Ich glaube... Der hat das mal gemacht... Bei ihm weisst es jetzt nicht... Ich habe mal ein Familienkonzert gemacht... Am Nachmittag... Und dann am Abend noch für... Für dir... Also... Bei ihm weisst es jetzt nicht einmal... Aber sicher auch... Aber... Es gibt wirklich ein paar... Wo... Die Kinderschäne... Auch noch bedienen... Aber ja... Ich sehe jetzt... So... Seit ich selber als Kind habe... So... Was das für ein riesen Markt ist... Einfach Sachen für... 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 Für Kinder halt... Ja... Egal in welchem Bereich... Ja... So... Gut... Der Markt wird kleiner oder... Der Geburtenrat sinkt natürlich... Jetzt ist natürlich... Jetzt ist natürlich... Ein bisschen ein Kampf... Um die Marktanteile... Aber es ist wirklich... Was da kannst du alles verkaufen... Und was man noch alles könnte... Als Eltern... Das ist crazy... Der... Der... Was haben wir da? Ja... Dodo und 150 Kinder machen einen Song... Siehst du... Ich sag dir... Dodo ist auch im Game drin... Also... Weil er jetzt gerade ein bisschen im Shit ist... Ist der MrBeast... Genau wegen dem... Ach schon... Ja... Weil jetzt... Ganz viele verschiedene Geschichten... Aber so... Ich sage jetzt mal... Grundsätzlich zusammengefasst... Wird langsam sehr ersichtlich... Äh... Wie sie... Seine... Marketingstrategie... Darauf abzielt... Einfach die Kinder abzuzocken... Ja... So... Ja... Das ist jetzt ein bisschen über das Thema gesagt... Das ist der YouTuber... Der erfolgreichste... Ja... Ah ok... Aber wieso... Er verschenkt doch immer Geld... Habe ich gemeint... Der MrBeast... Also... Er macht doch ein Squid Game in real life... Und dann gewinnt jemand irgendwie eine Million... Dort ist jetzt eben so etwas ausgekommen... Dass oft... Das Geld... An jemand verschenkt wird... In irgendeiner Art und Weise... So wie es schon bei dieser Firma ist... So... Dass das nicht wirklich nach Hause geht... Und... Weil es YouTube ist... Ist es ja noch so eine Grauzone... Von... Offiziellen... Wettbewerbsbedingungen... Dass irgendwie... In einem Livestream einfach sagt... In der nächsten halben Stunde... Wenn ihr einen Merchartikel kauft... Schenkt ihr euch 100 Dollar... Ja... Und das passiert dann nie... Aha... Oder irgendwie... Nein... Ich habe mich umentschieden... Nach einer Viertelstunde... Ja... Es gibt... Eine Unterschrift von mir... Ja... Also weisst du irgendwie so... Und Lutz... Weiss auch nicht wie das genau gesetzlich ist... Aber halt so... Wettbewerbsbestimmungen sind ja eigentlich... Sehr sehr klar definiert... Du... Dörfst nicht einfach... Einfach da etwas poupen... Und dann etwas anderes machen... Sondern... Was du effektiv als Preise angehst... Sollte ausgeschüttet werden... Ja... Und so weiter und so fort... Und äh... Ich glaube... Was auch nicht so geholfen hat... Dass irgendjemand in seinem Team... Auch noch... Sehr pädophile Neigungen hat... Und der das irgendwie auch noch mitgekriegt hat... Und so... Uiuiui... Äh... Schwierig... Schwierig... Ich habe immer das Gefühl... Es hat doch der... Wie heisst der? Der Jimmy Savile oder so... Der von der BBC... Ja... Der Kindermoderator... Ja... Der Kindermoderator... Also nicht jetzt zumindest... Nicht den Mr. Bistar in den gleichen Topf hineinwerfen... Aber das ist auch so immer das Konzept gewesen... Man verschenkt... Also er hat auch immer den Leuten... Irgendwelche Sachen... Den Kindern Sachen verschenkt... Ja... Und ich weiss nicht... Es gibt einfach irgendwie... Es ist immer so ein bisschen auffällig... Wenn jemand etwas zu fest Sachen... Kinder verschenkt... Und es ist so... Ehh... Das hat einfach immer so einen Beigeschmack... Ich weiss... Ja... Ja... Einfach zu viel... Und immer so zu viel verschenken... Und machen und tun... Das ist immer so ein bisschen... Also ich habe ihm seine Doktor auf Netflix gesehen... Das ist ja brutal... Das habe ich nie geschafft... Das ist übel... Und zwar... Ohne Scheiss... Ich habe mal draufgeklickt... Ja... Wirklich... Ich wollte mal schauen... Ja... Und die allererste Szene ist einfach... Irgendein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung... Ja... Wo irgendwie... Ich weiss doch auch nicht... Oben auf einem Karussell ist... Und er so... Hey... Ist das nicht toll auf dem Karussell... Und ich habe schon fast gewusst... Ja... Sehr unangenehm... Aber es ist eine gute Doktor... Das glaube ich... Das glaube ich... Ja... Was ich noch schauen... Ist die über... Über den Boybandmanager... Ja... Die sind auch gut... Von Backstreet Boys... Ja... Wurde, er hat ja auch noch InSync gemacht... Ja... Ja... Alle möglichen... InSync... Und Natural... Also so in... die Boybande vergessen hast und nachher, wenn du sie so hörst, dann siehst du, ah, die hat es nicht gegeben. Ja, die hatten auch einen Song. Ja, und sein Konzept war immer, also der Manager von Backstreet Boys und den anderen, dass er, er hat sie immer zuerst in Deutschland gross gemacht. Er ist in Deutschland in so Schulhäuser gegangen und dann haben sie dort einfach so irgendwelche Schulklassen, vor so Schulklassen, sind Backstreet Boys auftreten und haben dann so A Cappella gesungen. Und ich so, what the fuck? Also es ist wirklich der Typ. Ich glaube, Lou Pearlman. Lou Pearlman. Ja, irgendwann ist er herausgekommen, dass er dann x Firmen hatte und dass alles ein riesiges Schneeballsystem ist und das hat dann mega Geld verlochen von irgendwelchen Leuten, die ihr Vermögen immer anvertraut haben. Also es ist wie so eine ganz andere Dimension dann aufgegangen. Wo gar nicht mit denen zu tun hat? Nein, aber was er wirklich gemacht hat, er hat schon die Boys entdeckt und dann die Boybands. Er hat wirklich die dann am Anfang gross gemacht. Ich glaube, das kann man ihm lassen. Und er hat wirklich für das gelebt, aber er hat noch viel andere Shit gemacht. Und ebenso, ob er auch gerne junge Männer gehabt hat und so. Das ist auch so ein bisschen, aber das hätte man auch nie anweisen können. Da hätte es dann auch so Gerüche gegeben. Aber ja. Es gibt einfach so Leute, die ja. Aber auch immer schon, habe ich auch schon als wirklich junger, junger Mensch gedacht. Auch Michael Jackson, der einen Kinderabenteuerpark bei sich aufgebaut hat. Ja. Eben, es ist auch so ein bisschen zu viel. Ja, ja. Hey, ja, ja. Es ist mega toll, um Kinder einladen. Aber ja, wieso? Ja. Es ist wirklich einfach ein bisschen zu viel. Ja. Schwierig. Aber zurück zu Musik und Discofinger und einfacher Musik und was weiß ich. Ja. Wenn du sagst, du bist den Sommer an Festivals gesehen. Ja. Mit Studio 404. Das ist ja, wenn ich mittlerweile ein Festival-Line-Up sehe, dort merke ich, dass ich älter geworden bin. Ich auch. Ich habe plötzlich so gemerkt, ich habe ein Festival-Line-Up von Summer Days Festival in Aarbon. Und das ist wirklich so ein Festival, wo so meine Schwiegerelteren jedes Jahr gönnt. Ja. Dass ich das fast besser finde, das Line-Up als das vom Open Air St. Gallen. Dort ist der Wolf-Matter aufgetreten, oder? Ja, eben. Oder so der Cougs und so. Ja. Und ich merke plötzlich so, ah, also das Open Air St. Gallen fängt ein mega blödes Line-Up, aber Summer Days hat mega cooles. Ich glaube, da stimmt etwas. Und dann merke ich plötzlich so, ja, aber am Open Air St. Gallen gönnt auch unterdessen als ein 16-Jähriger und ich bin einfach irgendwie 20 Jahre älter als die und ich muss jetzt langsam an Summer Days gehen mit meinen Schwiegereltern, oder? Was ist denn so? Ja, man kommt so in das Alter rein, wo man plötzlich so an die ruhigen gesitteten Festivals geht. Also Montreux Jazz oder so. Ja. Es ist jetzt nicht mehr so in Schlamm, aber. Nein, du kennst ja auch nicht mehr so viel. Also ich zumindest. Ich bin dann wirklich an so einem Line-Up gesehen. Wenn ich dann sage, okay, seid mal etwas, okay, ja, aber, aber dort merke ich, auch wenn mal am Fernsehen, Achtung, am analoge Fernsehen, gibt es ja noch irgendwie ab 200 irgendetwas gibt es noch so fünf Musik Channels, oder? Und dort gibt es dann auch einen mit so Top-Hits, Charts, keine Ahnung was. Und das sind ja dann nicht die, die bei uns am Radio laufen, sondern das ist wirklich so der New Shit. Mhm. Und dort bin ich dann auch so bei, meine Quote ist vielleicht eins vor fünf, wo ich sage, okay, kenne ich zumindest den Artist. Aber du schaust wirklich noch so, so, so Music-Television, so. Sehr selten, aber wenn denn. Mit Freude. In einem Hotel mega gern. Ja. Das hast du ewig nicht mehr gemacht. Und mit, mit zum Beispiel, äh, zuletzt mit dem, mit dem Sven sind wir so paar Tage ins Wallis und haben, äh, ja, Welle schrieben natürlich, der Klassiker. Und, äh. Gibt es halt schon auch gute Weisse wie dort, gell? Ja, und er hat Weed mitgenommen mit Mario Tennis. Ah, okay, gut. Also habe ich gefunden, ich mache das. Ach, schon, er hat Weed mitgenommen? Nein. Und, äh. Und, äh. Und, äh, und dort ist dann auch oben, haben wir auch, einfach zwischen den fünf Channels, auf die I und H. Ja. Und dann ist einer, der heisst irgendwie Kerrang. Mhm. Das ist natürlich mein Channel, weil der bringt dann so, der bringt dann so Indie-Rock und Rock, so Sachen, die wir beide gerne hören, wo du alles noch kennst. Ja. Und dann natürlich auch so die intensive, äh, New-Punk-Phase, die es gegeben hat, um 2000er, mit all den American Pie-Lieder. Ja, klar, ja. Das Bloodhound Gang und Blink-182. Und die Offspring. Ja, ja Offspring, ja. Und dort bist du dann natürlich voll dabei, oder? Ja. Und dann schalte ich um, dann hat es noch irgendeinen mit so Trance gedudelt, äh, auch alles, Nineties. Und dann hat es einen mit neuem Zeugs und dann ist es so, wenn mal Jack Harlow kommt mal, wo ich so denke, ah, den kenne ich glaube. Weisst du? Okay. Kommt mir knapp bekannt vor. Ja. Und mein, 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 der Techniker, der hat auch am Opener St. Gallen, hat auch ein Zalt gemischt. Und dann fragt so, äh, was spielt, was spielt das Jahr? Und dann so, keine Ahnung. Also wirklich, weil er schaut die Liste an. Sagen wir alle nichts. Ja. Ich glaube, letztes Jahr ist immerhin noch der Markus Mampfer, der hat gesagt, der sagt mir etwas. Und ich so, ja, das ist der von Mampfer den Sans, weisst? Das ist der Sänger. Ja. Das ist der Hauptmensch. Ja. Ja, es ist schon in der Phase der Bandgeschichte, wo es schon Solo-Projekte gibt, von Teilen der Bands. Genau. Irgendwann vereint es sich wieder wie Oasis, oder? Ja. Ja. Ein Kollege von mir, ich habe auch mal eine Band gezeigt, die auch recht cool gewesen ist. Und dann so, wow, das gefällt mir. Und dann haben wir gesehen, oh, in einem Monat spielt die Band in Zürich. Und ich habe Auftritt gehabt, ich habe nicht gehen können. Und dann so, weisst du was, ich gehe das glaube ich schauen. Ich habe Bock. Ich gehe einfach allein. Und ich so, okay, cool. Und danach hat er schon gegangen. Und danach hat er irgendwie so eine Woche später gefragt, so, hey, wie ist das eigentlich gewesen? Und also, es ist eines der schlimmsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Weil jetzt kommt es. Es ist die Band auf dem Plakat gestanden und im Lineup. Effektiv ist nur der Frontmann gekommen, der sein Solo-Projekt wie beworben hat. Und er hat irgendwie gesagt, die Band gibt es nicht mehr. Und ich bin jetzt alleine. Und darum werde ich auch keine Songs von der Band spielen, sondern nur meine neuen Songs. Und dann ist es irgendwie so, weisst du, ein super Depro mit einer Gitarre. Er hat oft irgendwie ein paar Songs anbetudelt. Ja. Und wirklich, es hat auch viel zu wenig Leute gehabt. Und also irgendwie, weisst du, eine riesen Shit-Show. Und trotzdem irgendwie, alle haben gefunden, wir ziehen es trotzdem durch. Oh, aber das kannst du ja nicht machen als Veranstalter. Kannst du eine Band draufschreiben und dann kommt da irgendwie der Bassi oder der Sänger irgendwie auftreten. Das ist schwierig, oder? Ja. Also es ist ja wie. Kannst du ja auch nicht den Oasis draufschreiben, wenn einfach da den Noel Gallagher mit seinem Nein, noch besser. Weil irgendwie nur der eine Gitarrist, der auch mal in der Band war. Ja. Genau. So. So. Joel von Mutzenbecher, bekannt aus. Backstreet Boys. Aber du musst auch immer aufpassen mit so, weisst du, The Queen Experience und so Zeug. Ah, ja, ja. Ganz gefällt. Das ist einfach das Musical dann, oder? Was auch immer. Oh, so die Cover-Bands. Ja. Ich war an einem Festival mal in Ungarn. Am Siget. Das ist so eines der grössten. Ja. So einer Insel. Ja. Riesen, glaube ich, das grösste Festival, das ich je gesehen habe. Und ich hatte einfach eine Bühne. Die haben so viele Bühne. Die haben, glaube ich, etwa 30 Bühnen. Und es läuft wirklich von allen Stilrichtern. Du kannst einfach alles haben. Und du machst sogar Comedy. Schon? Ja. Die Bühne habe ich verpasst. Aber ich war auf der Cover-Bühne. Und das ganze Festival haben einfach Cover-Bands gespielt. Und wirklich, das ist, glaube ich, der Tiefpunkt von diesem Festival, wo wir irgendwie am dritten Tag, irgendwie runterkundet, am 3 Uhr am Nachmittag vor dieser Cover-Bühne gestanden sind. Und dann hat einfach so eine Cover-Band von Nickelback gespielt. Es ist so, als wäre Nickelback nicht selber genug beschissen. Nein, es ist wirklich so, aber es ist wirklich so traurig. Es hat so viele Leute vorne dran gehabt. Die Cover-Stage. Die Cover-Stage. Wow. Und die haben wirklich einfach alles Cover-Bands gespielt. Ich weiss nicht, wo sie ausgraben haben, aber wirklich. Aber es gibt ja schon erstaunlich viele. Also es gibt zum Beispiel eine, die ist in Basel, die ist recht unterwegs. Und recht beliebt so, wenn die spielen. Es ist immer voll. Das ist eine AC-DC-Cover-Band. Und sie heisst irgendwie, ich behaupte, Fire-Wire. Ich weiss nicht, wie sie heissen. Und dann ist wirklich ein Logo, gleiches Schriftzug. Fire. Dann hast du den Blitz. Wire, so, oder? Und die gehen natürlich brutal ab. Ja. Und das verstand ich jetzt noch, wenn die nicht 400 Franken für AC-DC, wo jetzt auch nicht mehr so geil ist, seit der dritte Sänger auch nicht mehr singen kann. Life-Wire heissen sie. Life-Wire. Schau mal an. Die sehen wirklich ein bisschen aus wie AC-DC. So ein bisschen auf Wisp stellt. Das ist doch geil. Aber geil, ja. Weil ich weiss noch, ich habe einmal im Theater gespielt, wo sie, ich glaube, am Tag drauf haben sie gespielt. Und wo ich ein bisschen Zeugs geholt habe. In einem Theater, gell? Es sind einfach schon 37 Amps aufgebaut gewesen. Ja. Und die sind ready gewesen. Und dann hat es auch in Basel jetzt gegeben, die Schmier. Die haben nur den Police-Songs gecovered und übersetzt auf Schweizerdeutsch. Okay, da ist aber immerhin noch eine kreative Leistung dahinter. Geil? Ist irgendwie auch noch geil. Ja. Ist irgendwie auch noch geil. Das hat zum Beispiel auch meine Mutter das mega gerne gehört. Ja. Das hat sie super gefunden. Die Schmier. Ah, ich kann gut Schmier schauen. Aber in der Comedy kannst du sie ja nicht machen. Nein. Das wäre eigentlich einmal das Konzept, ein Cover-Comedian. Also ich kann das sagen, es hat in der Schweiz so für 2-3 Jahre ein paar gegeben, wo man schon hätte kommen können. Also, wie sie im Internet geklaut haben. Ja, ja, ja. Es hat man zugegeben. Es kann man sagen, ah, ok, die 5 Minuten dort, die 2 dort, so. Und es hat irgendwann mal geheissen, es hat wie eine Zwischenregel gegeben, dass wenn du zeigst, von wem es ist, ist es ok. Ja. So, dass wenn es irgendwie, weißt du, wie ein Zitat, baust du das in die Programme ein. und dann hat es einer in Deutschland auf die Bühne gegangen wie Eddie Murphy ja mal sagte und dann hat er eins zu eins sein ganze Ice Cream Bit gemacht wo sieben oder acht Minuten einfach so Schwierig, nein das geht natürlich nicht in der Comedy aber was habe ich jetzt noch sagen wegen Cover Bands wegen ACDC sind wir da egal ich weiss es nicht aber ich habe mich in der Schrecke festgestellt gewisse Kinderlieder weisst du so Heiko, Heiko, Heiko jetzt ist alles geklaut das hast du gesehen von den Ohrenwürmen die Hits von den Ohrenwürmen sind auch alles bekannte Melodien die es wie schon gibt natürlich das ist häufig so auch die Schlümpfe ja gut die Schlümpfe das ist auch grossartig das habe ich geliebt ja die haben einfach nicht mehr auf Deutsch übersetzt und dann so die Voice pitcht und dann genau ja grosses Kino und alles ist mit dem Verb Schlumpfen gewesen ja das habe ich immer so gerne gefunden komm schlumpf mit mir knick knack klick klapf komm schlumpf mit mir komm her zu mir aha ah ja scha ja ja ui 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 ja schlumpfen party alle DJ Bobo Songs waren die besten schlumpfen party hei ok ich wollte noch irgendetwas sagen es ist mir entfallen ich glaube wegen dem Seaget aber ich weiss es wirklich ah du bist ja dass du dort auch gestürchelt bist nein aber es ist etwas spezifisches gesehen wegen all deinen Stages oder so egal egal ähm möchtest du noch etwas sagen zu deinem Kinderbuch nein ich glaube wir sind jetzt ausführlich ausgeschweist das stimmt nein das ist alles aber es ist dein Lieblingsbuch aber es ist sehr hartzig der Discofinger ja der Discofinger ist wirklich das ist grossartig wir sind am Freitag bei einer zivilen Hochzeit gewesen und dann mir ist es auch manchmal so ein bisschen unangenehm wenn man in der Öffentlichkeit in der Gruppe ist wo wo zu viel Spass hat und die Leute neben dran weisst du zivilen Hochzeit sind ja meistens am Freitag oder so und es ist so Freitagnachmittag und die Leute sind doch noch irgendwie so unterwegs vor dem Schaffen und so und wir haben dann halt dort in der Stadt bei dem Stadthaus so ein bisschen kappenölt und so und dann hat einer gefunden von der Gruppe haben wir unbedingt die Böckseli mitnehmen und dann auf dem Weg zum Restaurant laut Musik hören und dann haben wir wirklich die Böckseli in den Kinderwagen getan weil es halt mega praktisch ist weil da hast du das Böckseli halt und dann ist halt von meinem Sohn im Kinderwagen ist einfach mega laut halt so irgendwie runter und irgendwelche Scheisse dreht gelaufen und wir sind so dur und er ist den ganzen Zeit so auf dem Kinderwagen und die Musik ist viel zu laut und wir sind schon so angetrunken und ich habe immer gedacht was denken die was sind das für unverantwortliche Eltern das Gefühl als so ein Kinderwagen ist ein Streeparade Wagen und wir sind wirklich über den Paradeplatz gelaufen und es ist einfach so unangenehm gefunden und alle rundherum hatten Spass und mit dem Discofinger und ich bin fast gestorben und da sind immer noch ins Tram rein und dort voll Party gemacht und mir ist es so unangenehm ich habe gemerkt ich habe zu wenig getrunken ja ich habe zu wenig getrunken für das ich kann es nicht so handeln wenn ich nicht ganz von Sinnen bin und für das es wirklich durchziehen ist es noch zu wenig gesehen dann hat ja auf dem Kinderwagen auf dem Geländer noch ein DJ Pult stellen das wäre mal lustig gewesen und noch Licht die becken und das Problem ist eine Gruppe von 15 Leuten dort in dem Tram und vielleicht drei waren alle im und der Rest ist so ein bisschen also es braucht auch die ganze Masse um es nicht unangenehm zu machen wir sind eine unangenehme Grösse von genug betrunkenen Leuten um das mit Kindern und die anderen auch Kinder dabei ich fand es nicht angemessen eine Party machen so in dem Rahmen und in vieler Hochzeiten ist ja nicht wirklich es sind die Leute gut angelegt aber es ist nicht der Vibe einer richtigen Hochzeiten sondern zivil und dann war die Tramfahrt so lang nur das zum Disco Finger aber er hat das Gefühl dann ist schon mal gut da ist sie wieder mal die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge ganz kurze Info für die die noch nicht gehört oder nicht haben hören mein aktuelle Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine die meisten sind auch schon im Vorverkauf jetzt auf www.joel-von-mutzenbecher.ch ganz tolle Supportacts dabei Leila Ladari Benjamin Delay Matteo Gutenrath Jose Briza und Teddy Hall also geht schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiter hören bis dann nehmen wir das nächste Feelgood ich lasse dich mal die Prop führen Hello das ist mein zweiter Feelgood oh das ist ein Schocki dran hast du einen Glasselöffel jawohl und zwar hat er mehrere Funktionen in meinem Haushalt einerseits zum Glasselöffel weil es ein Glasselöffel einerseits ist er aber auch mein Mikrofon mein Testmikrofon ich wollte es gerade sagen es sieht sehr danach aus du siehst es ist wirklich perfekt Liss in der Hand und wenn ich meine Auftritte übe zu Hause rede ich eigentlich da rein und stelle mir vor es wäre ein Mikrofon und gleichzeitig gibt es mir eine gute Zeit das Üben finde ich ein bisschen anstrengend ehrlich gesagt weil man redet ja dann einfach den Text gegen Wand oder gegen dich je nachdem wenn du noch bei mir in den Stuben sitzt wie wo wir uns vorbereitet haben das ist eigentlich etwas unnatürliches aber weil ich weiss dass ich mich mit einem Glasselöffel belohnen hat das gibt mir ein gutes Gefühl eigentlich solange nicht auf der Bühne das Mikrofon anfangen abzuschlecken ja genau ist alles ok nein aber es ist wie ich ich isse jeden Abend Glasse wie wirklich dick von mir also es gibt wenige bis 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 auch aber das ist wirklich ich wenn ich mich selber reflektieren merke ich das absolut ist fast wie eine sucht ich muss jeden Abend Glasse essen darum ist der Glasse Löffel sehr oft gebraucht am Nachmittag bemühen das ist aber so einer macht er wirklich Kugeln oder macht er die geschwungenen nein du musst einfach du musst es wie so du kannst es so dingseln und dann gibt schöne Kugeln ok ok ich bin sehr zufrieden aber er ist langsam am auseinander gingen jetzt bin mir überlebt ein neuer zu finden aber er muss schon genau gut in der hand liegen so könntest du dir auch ein mikrofon zudauen ja könnte auch ja stimmt das hast du mir schon lange gesagt aber dort wo ich hingehen hat es meistens du hast ja ich weiss absolut ja vielleicht wäre das der nächste step dann könnte ich mal die zwei passionen comedy und glasse separieren jetzt ist so eine komische gut aber ich weiss schon was dein zweite programm wird heissen es hat irgendwas mit glasse zu tun glasse dann könnt du den glaselöffel auf dem plakat das letzte mal hast ein avocado das wäre etwas cheap nicht ein avocadomikrofon und jetzt wäre es ein glasse mikrofon 1 kem ja aber glasse ist schon ein thema mit all gelateria was gibt es natürlich es ist natürlich auch ich ich bis gelateria 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 ich bin auch grosser glasse fan aber bei mir ist wirklich so für mich der luxus dass ich was sagen gut aufs jahr gerechnet aber es ist ja dann effektiv 4-5 monate ja ist sie vielleicht 20 mal glasse ok ja hat jetzt gesagt wenn ich wirklich ehrlich mit mir selber 20 glasse im jahr nein da bin ich wirklich drüber und wahrscheinlich bin ich jetzt dabei das jahr 8 oder so weißt da muss da muss noch etwas gehen also ich habe bei mir rum eine gelateria di berna die sehr feine glasse macht dort das finde ich immer anstrengend mit immer wechselnden sorten und so die befordert dich sie haben aber das sind nicht die die ich nehme sondern es sind so ich finde die hipster konzepte immer ein bisschen schwierig so man wechselt immer alles weißt ja ja da bin gelassen bin auch sehr konservativ wirklich genau gub dänmark schocki vanille vielleicht mal einen eiscafé und dann hört es auf früher noch als kind habe ich banana split geliebt ja auch sehr geil und jetzt also jedes mal wenn ich schon nur daran denke dann ich so boah das schaff schon nicht weißt was habe ich herausgefunden es gibt in der stadt zürich wo ich lebe gibt es gibt keine coupe restaurants mehr ich habe in den ferien Lust zu einen cup essen und du findest du musst aufs land oder irgendeine ausflugs beiz gehen zum einfach mal die schöne coupe karten von irgendeiner glasse her stellen und dann ist schlumpf und irgendeine pinkel zuhause dachte heute nachmittag gehen wir einen cup essen und mir ist kein restaurant in sinko das kupps anbietet in der stadt nicht mal im niederdorf liegt so eine alte es ist schwierig es sogar googlen auf google maps so schwierig es gibt keine anständige coupe bites oder wenn er sie wissen sagen es mir aber es ist schwierig einen guten alten cup ich nehme an dort gibt es eine coupe wahrscheinlich schon ich brauche das flair mit alten gartenstühlen ja natürlich und man freut sich zu fest für viel schlagrahm es darf nicht zu cool sein das fehlt mir meiner umgebung und ich wüsste wenn ich spontan kann ich wüsste nicht woher das beschäftigt mich das bestand jetzt noch aber es gibt ja eh so paar sachen was lustig ist es kommt zum beispiel jetzt nicht sogar mir davon geredet bin mir nicht sicher jetzt kommt in restaurant so die klassische vorspeise die es lange nicht mehr gab wie zb követten cocktail oh ja das ist ja komplett verbannt gesehen seit 20 jahren hast du nie mehr követten gekriegt und jetzt auf so in so einer halbierten avocados weißt so so mache ich es daheim das beste nein eigentlich kommt sie in so ein cocktail glas ja auch noch so ein Eisberg salat genau und du weisst dass genau das glas zwei stunden später für die coupe und glacé und was weiss ich glaube es sind die restaurante die das verbinden genau die haben die cocktail auf der kann sicher noch so beefsteak tatar oder so ich finde das ist das 90er ding mit toast weisst das geiste gub ja es gibt ja es gibt aus der zeitgefallen jesse wie so oder wie silberkugel so vom vibe her hey dort bin ich dazu sagen das ist ein burger restaurant in afix und schlussstrich ja in oerlicke ein diner ja es gab früher ganz viele von den silberkugeln vorläufer von mcdonald's ja ja aber ja in oerlicke gibt es noch einen ja genau es gibt zwei in zürich wir sind jeder meine frau und ich sind jeden samststig morgen dort so standard natürlich natürlich am morgen am samstig morgen am 9 ja was gönnet euch dort so einen schinkenkästost ey das ist ja geil das ist ja so schinkenkästost das gibt es auch nicht mehr die klassische cock monsieur ja aber silberkugeln muss ich jetzt sagen bin ich mit dem karetschi vor vielleicht drei männern zum ersten mal gesehen ja er ist ja veröhrlicher und äh er fiert natürlich ja er sagt das geilste ja es ist halt ein flertetig die zeit ist in den 80ern wo du dranbleibst und sie hat nichts verändert aber ich liebe solche zeige wenn du in der schweiz herumtoures boah gibt dann schon noch geile geile locations wo das flert sehr abholt oder ja zum beispiel eben auch mein vater hat immer davon geschwärmt äh brennte creme das ist nicht das gleiche wie äh effektive creme brûlée oder ist das genau es ist nicht ein creme brûlée sondern brennte creme ist wirklich einfach noch so rahm mit zucker und das wird und das wird schon irgendwie angeführt und das wird dann noch mal so umgekriegt ich weiss nicht genau wie es funktioniert und dann bin ich natürlich irgendwann habe ich einen auftritt genommen die annik ist dabei und dann ist immer ein bahnhöfli von dem ort lunger glaube so das heisst restaurant bahnhöfli und dann kommt wirklich eine mit so einer frisur wo die wirklich zusammenschiessen dass du überhaupt herrhockst weisst du hast ja wirklich du fühlst dich gerade in deiner kindheit oder und und dater hast du dann auch irgendwie glaube eben äh követter cocktail schinkenkaste toast ja und und brennte creme zum dessen her können so und das ist einfach in der schweiz findest du findest die ordner aber ja es ist nicht ja ja sie sind sie sind nicht in der stadt sie sind wirklich so ein bisschen eben wo ich muss ein bisschen mehr rum dauer merken gerade du entdeckst so geiles du musst Möchtest du wirklich die Zeit nehmen, auch dort etwas zu machen? Ja, unbedingt. Das macht so viel aus. Unbedingt. Aber das Problem ist eben, wenn es in Zürich so Sachen zurückkommt, dann ist es gerade wieder so, dann ist es gerade wieder zu viel, dann ist es gerade ein mega spezieller Schinkenkästoast. Ja, ja. Es ist nicht, es hat nicht zu Flair. Oh, was, gestern sind wir nach dem Arbeiten, sind wir noch etwas getrunken und nachher sind wir in so einer Bar gewesen, wo es Boulé-Flügelchen gegeben hat. Ja. Und das ist auch so etwas. Wir haben dann Boulé-Flügelchen mit Pommes bestellt, mit Cocktail-Soße. Wir haben auch wirklich einfach nur so mit Paprika gewürzt, so mega basic Paprika, Salz, Pfeffer. Ist auch sehr, nicht Chicken Wings, Chicken Wings ist schon zu cool. Boulé-Flügelchen. Boulé-Flügelchen, auch eines von diesen Gerichten, was es viel zu wenig noch gibt. Achtung, auch so ein Fischknusperchen. Oh, ja. Wobei das finde ich, das ist etwas, was es noch recht viel gibt, Fischknusperchen. Joghurt am See gibt es sicher ein paar, oder? Das gibt es zum Beispiel in Basel nicht. Fischknusperchen. Hey, sehr sauter. Höchstens mal. Kein Fisch mehr. Sind die alle. Sind die alle gestorben. Höchstens irgendein Bad in. Irgendein Bad in. Ja. Mola in Zürich, das ist etwas, was schon noch verbreitet ist. Das muss ich jetzt sagen. Da bin ich jetzt nicht. Wobei dieses Jahr habe ich keine Fischknusperchen. Okay, aber kommen wir mal zurück zu der Glacé, wenn es nicht Koup ist. Du hast einfach in deinem Tiefgehirn einfach sieben Glacé. Ja. Leider habe ich nicht so einen grossen Tiefgefrieren. Ich habe wirklich nur so einen, der integriert ist im Kühlschrank. Ja, okay. Das ist das Frühfach. Und ich bekomme immer zu hören zu Hause, dass es keinen Platz hat für andere Sachen. Weil ich halt wirklich, wenn ich halt zwei so, ich habe meistens halt so die grossen Packungen, gell? Wenn es gerade Aktionen sind, dann haue ich rein. Was ist denn die Go-To? Eben, hey, Vanille Schoky, mega langweilig. Aber... Marke. Bestimmte Anbieter. Ja, so Mövenpick. Ah, findest du wirklich geil? Finde ich geil. Aber auch, es gibt vom Coop, das ganz normale Vanille Glacé vom Coop habe ich auch mega gerne. Also nicht das Bio, sondern das normale. Ich kann mich da wirklich durch. Vom Mikro bin ich nicht so zufrieden mit der Glacé-Auswahl. Ausser die alten... Die Becherchen? Nein, die Stängel Glacé. Ah ja, die sind... Mit, was sind alles einfach mit den Tieren? Es gibt so Wassermelonen. Es gibt so die Wassermelonen Glacé vom... Wie heisst die alten Glacé vom Mikro? Ich weiss nicht, ob sie überhaupt einen... Ah, ich weiss welche. Ja, ja. Wo es Schoky-Schoky gibt und dann gibt es Vanille mit Schoky rum. Ja. Ja, ja. Wo du so einen Biss nimmst und dann das gegessen. Und du hast irgendwie das Tier vorne drauf. Ja, ja. Und es ist einfach so entweder so... Ich weiss nicht, wie es heisst. So rosa... Ja, genau da, schau. Mit dem Seehund. Rahm Glacé. Das sind natürlich... Das ist auch einfach Kinder. Ich bin sehr... Das heisst, du bist nicht so eine Pen & Cherries... Auch, gerade auch. Ah ok. Mal, mal, habe ich schon... Ich habe es gerne wirklich mega... Möglichst süss und joggig und vanillig und so. Also mega... Mega heavy einfach. Und völlig unvernünftig ist das immer nur am Abend hautsächlich. Wirklich so... Weisst du, so noch vor dem Fernsehen oder vor mein Bett gehen. Einfach noch so... Es ist völlig dumm. Aber ich habe es mir seit Jahren angewöhnt. Und es gibt mir einfach einen feel-good-Moment. Das ist so. Ja. Und ich werde... Aber es ist eben auch eine Sucht, weil ich werde nervös, wenn ich keine Glasse habe. Wenn ich zuhause bin... Also du bist wirklich abhängig. Ja, ja. Ich werde so ein bisschen nervös. Es gibt mir kein gutes Gefühl, wenn ich weiss... Oh... Es hat nicht mehr viel. Es hat nichts mehr. Ja. Dann muss ich schnell in den Laden gehen und etwas holen. Aber das Gute ist, wir ziehen jetzt dann um. Im Oktober. Wirklich? Mhm. Ich gehe aus der Stadt raus. Nicht wie die... Wir ziehen aus der Stadt. Okay. Und eine bisschen grössere Wohnung. Und dort hat es eben so einen separaten Gefrierer mit drei Fächern. Jawohl. Das heisst, ich habe jetzt mehr Platz. Ich habe jetzt mehr so Staschen, dass ich mehr Sachen... Mehr gelassen habe. Das ist grossartig. Ich freue mich sehr. Es ist... Mein Leben wird besser. Das ist schön. An diesem neuen Ort. Vielleicht einen grösseren Gefrierer. Das ist für dich das einzige Argument? Ja, ja. Ich wollte nur in die Wohnung wegen Gefrierer. Ja, ja. Wie findest du denn so... Die einzelnen verpackten... So... So Industrieglaschen? Zum Beispiel. Ich liebe Maxibon. Ah, Maxibon ist auch geil. Oder Schokicorne habe ich auch gerne. Das Extrem. Oder das andere auch von der anderen Marke. Das habe ich auch die letzte Mal wieder gehabt. Ja. Nein, da bin ich auch dabei. Aber das ist etwas, wo ich... Zu Hause kauft man halt wirklich so die... Wie sagt man halt? Also die... Die ganzen... Packungen. Ja, ja. Die passen halt einfach zum Löffel. Mit dem Glaserlöffel. Mit dem Glaserlöffel. Und... Und Stängelglas ist etwas mehr so wie Body oder mal so unterwegs. Äh... Eisse ich ein wenig weniger. Aber auch Pralinato finde ich auch geil. Weisst du was das allergeistste ist? Die kleinen Pralinato. Gibt's? Ja. Okay. Mini Pralinato. Ähm... Du bist auch so eine Packung. Du hast zwölf drin oder so. Ja. Und das ist natürlich genau das was ich will. Mhm. Du isst in der Menge sicher mehr. Ja. Als wenn du auf die ein grosses isst. Mhm. Aber jetzt kommt es perfide. Und ich finde. Ich habe Pralinato immer gerne gehabt. Und... Die Mini Pralinatos. Die liebe ich. Weil... Ich finde dort das Verhältnis. Vom Schocke Stängel. Mhm. Und dem Schocke Glacé. Und dem Knusper drumherum. Ist perfekt. Es hat mehr Schocke Stängel dran. Im Verhältnis zum Glacé. Ich bin mir nicht sicher ob es mehr hat. Sondern es ist einfach so. Beim grossen ist das Problem. Du isst zuerst das eine. Dann das andere. Mhm. Und dann das dritte. Zuerst hast du den Schocke Rand. Dann hast du Glacé. Und dann hast du den Schocke Stein. Und am Schluss biss es aufs Stängel. Genau. Weil es kein Schocke mehr dran hat. Und beim Mini Pralinato ist das alles in einem so. Du kannst konstant alle drei haben. Und darum hast du dann auch in zwei Bissen so eins weg. Ja. Und dann nimmst du nochmal eins und nochmal eins und nochmal eins. Und am Schluss hast du wahrscheinlich... Ich weiss, was ich heute Nachmittag mache. In der 2-4 Pause. Geht ihr so einen Mini Pralinato? Ja. So einen Schachtel holen. Richtig geil. Richtig geil. Ja. Okay. Moment, ein bisschen Zeit im Griff. Nein, wir haben noch gut. Wir haben noch gut. Wir haben noch gut. Was ist denn dein dritte Feelgut? Was hat er noch? Was hat er noch? Das ist jetzt anschliessend an die... Das ist ein Messband. Oh. Und also erstens mal finde ich die Messband. Ich weiss nicht, das gibt mir irgendwie so... Du kannst dann da so festmachen. Das ist mein Lieblingsmoment, dass das so... Und wenn du dann da machst, schau so... Kommst du da? Yes. Ah, ja. Das ist ein Spiel, das ich oft zu Hause mache mit meinem Sohn. Yes. Er hebt es dann und dann machst du so... Und dann... Oh, ja. Gross. Nein, und ich habe... Es ist stellvertretend für den Feelgutmoment. Ich hatte früher Panik vor Zögeln. Ja. Weil aus mehreren Gründen... Ich bin nicht gerne gezögelt. Von Weges zu Weges... Du hast ja nicht viel. Aber ich bin handwerklicher Null. Also wenn ich einen Schrank auseinanderbauen oder zusammenbauen muss, bin ich ewig dran. Und dann brauche ich irgendwie Hilfe. Und ich habe irgendwie auch nicht so viele Handwerker-Kollegen, die wirklich gut sind in dem. Und die mir da wirklich kompetent helfen könnten. Oder Lampen aufhängen. Und ich habe einfach immer so... Vor den Zögeln-Terminen habe ich immer so ein bisschen... Es ist immer so eine Panik in mir aufgekommen, wie das funktionieren soll. Plus musst du dann noch Leute immer noch so... Das mache ich auch nicht gerne. Anbetteln, dass sie dir helfen können. Ja. Und für mich ist wirklich Zögeln immer... Wie für die meisten. Ich glaube einfach ein Pain. Ich war froh, dass ich es hinter mir habe. Und jetzt bin ich doch im Alter angekommen. Als ich das erste Mal in meinem Leben mit Zögeln jetzt im Oktober ein Zügelunternehmen engagiert habe. Ja. Es heisst, ich muss nichts machen. Also ich muss die Kisten natürlich packen und so. Aber die bauen die Schränke ab und die Betten und das wieder aufbauen. Und für noch 50 Franken extra zahle ich alles. Dann sogar noch die Lampen hoch. Und es gibt mir jetzt so... Ich freue mich jetzt richtig auf die neue Wohnung. Einfach weil ich den Dings von meinem Herrn... Und ich habe jetzt so Sachen mit dem ausmessen. Weisst du so... Ja. Wie gross ein Sofa darf sein und was und so. Und ich merke, dass... Die Sachen mache ich gerne. Weisst du? So eine Inneneinrichtung. So, dass es dann schön ausgesehen. Interior Design. Ja. Weil es ist jetzt so die erste Wohnung, wo man wirklich so... Wo man jetzt wirklich so... Ich glaube, das wird dann jetzt so ein bisschen unser Zuhaime für die nächsten Jahre. Wo man auch so ein bisschen nachhaltig etwas gestalten möchte. Und es ist das erste Mal, wo ich mich richtig freue aufs Zögeln. Oder einfach zum an einen neuen Ort gehen. Und darum gibt mir das einen Feelgoodmoment so. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich noch unvorhersehbare Sachen passieren könnten. Mal schauen. Aber es sind ja dann wie andere Probleme. Ja, ja. Anstatt einfach schon mal grundlogistisch. Wie kriege ich jetzt das dort über? Wie bringe ich das Sofa dort durch die Türe und solche Sachen? Also gut, das müssen dann sie halt überlegen. Aber sie haben ja dann so Kräne. Eben, ich bin völlig übervoll... Ich habe das noch nie gemacht, Zügelunternehmen. Die sind ja dann vorbei gekommen. Dann gehen sie das Zeug ansehen. Dann stehen sie in der Wohnung und sagen so das, das. Und äh... Mega, mega. Ich bin aufgeregt, das erste Mal zu zügeln mit einem Zügelunternehmen. Es ist ja auch ab einem gewissen Alter, dass man das machen sollte. Ich finde auch. Ich hätte es frech gefunden. Ich finde so, 30 ist für mich wirklich so die oberste Grenze. Ja. Und das letzte Mal, als ich gezügelt bin, bin ich genau 30 geworden. Ich war noch 29. Und dort haben wir wirklich noch helfen lassen von Kollegen. Ja. Kolleginnen. Und jetzt habe ich gefunden, nein, jetzt wäre es frech. Also jetzt, wir sind jetzt genug lang, ist man da berufstätig und... Und man hätte irgendwie einen ganzen Haushalt und jetzt kannst du da nicht mehr gehen. Und die Leute haben die Familie und viel zu tun im Leben. Man kann jetzt nicht die Leute einfach raus holen und sagen, komm mir am Samstag helfen. Ich gefällt das irgendwie. Also... Ich fände das komisch. Man könnte es natürlich machen, aber ich finde es so, nein, für das zahle ich jetzt Geld. Und dann mache ich lieber. Ich habe dann gemerkt, ich habe dann so Twitter-Lösungen gehabt. Ja. Weil... Ich bin jetzt so oft gezügelt in letzter Zeit. Aber das sind ja auch immer nur Teile gesehen von... Also weisst, weil halt noch WG-Zimmer in Zürich. Mhm. Und noch etwas in Basel. Und danach tust du mal ein Teil irgendwie vom einen zum anderen. So, das heisst, das ist ja dann nicht... Ich zügele jetzt meinen ganzen Haushalt in einmal nicht mehr andersher. Ja. Ja. So, darum war es immer ein bisschen schwierig. Und mein letztes Zügele, das ist jetzt über ein Jahr oder so, bin ich im gleichen Haus zwei Stöcke hoch. Und dort findest du das Auto, wo ich mir jetzt keine Zügeleitung nehme. Das wäre ein bisschen reingeschossen. So, und da bin ich dann wirklich... Mit Ikea-Taschen und Ikea-Taschen habe ich einfach, was ich habe können, habe ich einfach so Moll für Moll. Wirklich so diese Schublade eins zu eins hoch. Weil gewisse Sachen sind gleich, wie zum Beispiel die Küche, oder? Und dann hat halt mir so ein Kollege vorbei gekommen. Und dann haben wir halt in... Vielleicht eine Stunde, eineinhalb... Schnell die fünf Sachen, die ich nicht alleine hochschleppen konnte, zu zweit hochnehmen. Und dann habe ich gefunden, das geht jetzt noch. Für das nehme ich keine Zügeleitung. Ja. Aber jetzt ist es eigentlich noch lustig, im gleichen Haus zu zögeln. Das ist auch ein bisschen absurd. Nein, ich weiss es nicht. Sehr absurd. Und du bist in einer Wohnung, die genau gleich aussieht wie die vorher. Nein, nein, nein. Sondern sie... Sie ist grösser, ich hätte ein Zimmer mehr. Aha, okay. Und so weiter. Ja, das dann doch. Das schon, das schon. Sonst hättest du sie ja nicht gemacht. Richtig, richtig. Und sie ist natürlich auch viel teurer. Ah, ja. Sonst hättest du sie auch nicht gemacht. Wer will schon nicht viel Geld für mich? Nein, darum. Es war einfach die ideale Variante. Weil eben mit keinem Wegezimmer mehr in Zürich, habe ich dann gemerkt, dass das in Basel dann schon zu klein ist. Ja. So. Und dann hat man das frei geworden. Aber ja, es ist komisch gesehen, dass einfach so, eben die Küche ist identisch. Ja. Hinten herum hast du dann andere Zimmer. Ja. Aber die Küche ist identisch. Und dann bist du wirklich so, okay, jetzt nehmen wir mal die Geschirrschubladen. Also Besteckschubladen. Ja. Das alles. Hinten. 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 Aber was ich herausgefunden habe, wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Sofa. Wir haben gefunden, man hat jetzt ein neues Sofa. Ja. Hört auch dazu. Und hey, du glaubst nicht. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, es gibt wie viele hässliche Sofas eigentlich verkauft werden. Also wenn du so in die grossen Möbelhäuser, ich frage mich, wer kauft diese Sofas. Es gibt so wenige schöne Sofas und wenn es mal ein schönes hat, dann ist es einfach saumässig teuer. Ja. Wieso designt man nicht einfach schöne Sofas? Oder sind Geschmäcker so verschieden? Ich meine, es gibt doch objektiv schöne Sofas und du fragst, wo die in welchen Stuben stehen und wer findet das schön? Das ist unglaublich. Für mich sind das die klassischen, ich habe Stutz und ich habe keinen Geschmack. Und dann gehst du zu jemandem nach Hause, der seit 10, 15 Jahren auf diesem Hügel mit Pool, was weiss ich, die fette Hütte hat und genau dort siehst du die Sofas. Ja. Weil sie kostet im Schubiger einfach irgendwie 40'000 St. Mhm. Aber du kannst sie nicht anschauen, aber… Aber hauptsache… Ja. Kann ich nicht im Schubiger Möbeln. Im Schubiger Möbeln. Ist das so der… Ja, aber ich bin… Dort habe ich auch gemerkt, uiuiuiui, das ist wirklich noch schwierig. Ja. Denen verdammten Sofas. Also ich… Ich kriege kein Geld von denen, aber ich empfehle dir jetzt den jemanden. Okay. Sofa Company. Ja. Ja. Die haben sogar eine Showroom hier irgendwo in Syrien. Okay. Wo ich mal rein bin, um auf dem Sofa, das ich jetzt habe. Ja. Probe sitzen. Äh… Und die machen so… Danish… Ah, ja. Style-mässig. Nordisches Design. Äh… Zu anständigen Preisen. Mhm. Weil sie den Mittelmann umgehen. Mhm. Und… dort… habe ich gefunden, es ist bombes Service, dass ich eben… ich habe gefunden, okay, das ist es. Mhm. Ja, zeig dir mal… Zeig dir mal Sofas. Schau dir mal ein bisschen Sofas anschauen. Und du kannst natürlich auch alles eingeben. Ah, ja. Und… Eben, es kommt auf alle wie gross, bla bla bla. Mhm. Also meins ist ähnlich wie das Secret, das wir jetzt gerade gesehen haben. So. Ja. Ähm… Ja, sieht easy aus. Und danach habe ich gesagt, ja, nehme. Mhm. Und dann habe ich es dort vor Ort unterschrieben. Und die tun dann auch mit irgendeinem Partner, wer auch immer. Die liefern dir das nach Hause. Die bauen das gerade noch auf. Ja. Nehmen den ganzen Abfall mit und sagen, ja, viel Spass. So. Und… Ich bin riesen Fan von denen. Sobald jemand Sofas sagt, muss ich sagen… Okay. Aufgrund von persönlicher Erfahrung kann ich die empfehlen. Okay, gut. Good to know. Ja. Weil ich genau das Problem hatte. Ich bin verzweifelt. Ja. Ja. Es ist wirklich… Aber es ist wirklich nicht so einfach. Und ich checke wirklich nicht. Eben, ich finde, ich habe auch mega gerne so ein skandinavisches Design. So ein bisschen schlicht. Ja. Und es ist alles immer viel zu… Immer zu viel Welle. Und dann dort noch irgendwie Kurven drin und dort noch… Machen Sie es doch einfach schli… Es wäre nicht so schwierig. Einbuchtig. Ja. Ja. Ja, ja. Genau. Es ist so hässlich, dass es fast schon wieder Kult ist. Das ist richtig geil. Es ist irgend so von einem Bundesrat und es ist irgendwie viral gegangen. Weil das ist so unglaublich. Also so. Du denkst, ey, du bist Bundesrat und du kannst dir kein… Ah, genau das hier. Wow. Noch mit dem blauen Stoff übergezogen. Aber eh, auch… Schau mal, auch der Clubtisch. Nein, es ist unglaublich. Aber wem gehört es? Schon? Doch, am Cassis. Ja. So geil. Aber eben, das ist schon… Ich finde es noch spannend. Es ist auch so schade. Weisst du, es gibt so Menschen, wo… Gut, Bundesrat, die verdienen schon viel. Aber es gibt Leute, die noch mehr verdienen. Ja. Die haben so viel Geld, aber keinen Geschmack. Und dann denkst du so… Hey, ich könnte euch das geilste, schönste Design-erziehungsleistung schön einrichten. Ja. Aber ich vergame es einfach. Es sieht einfach so… So, weisst du, die Luxus-Apartments, wo nachher einfach alles irgendwie weiss ist und irgendwie so goldig. Ja. Keine Ahnung. Oder auch toll. Mega teuer, aber kein Stuhl dergleich. Ja, genau. Weisst du, mega extravagant. Ja. Ist auch geil. Ja, ja. Nein, Sofa-Company kann ich wärmstens empfehlen. Gut. Geh mir viel mal auf die Beine. Und kannst natürlich auch wirklich modulieren. Kannst sagen, gerne die Beine oder keine und da, 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 so. Ja. Finde ich wirklich geil. Okay. Also kann ich… Ja, das ist wichtig. Oh. Ja. 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 Also habe ich noch nie so den Pod gemacht. Ich finde es nicht schlecht. Ja, das ist halt jetzt… Ah, du hast mega saubere Schuhe, merke ich gerade. Es geht. Es geht. Nein, weisst du was an denen… Siehst du den komischen Rand? Ja. Hier. Alles hier. Schau mal, das Grau wird so ein bisschen beige. Ah, ja, ja. Jetzt geht es. So, so sauber seid ihr nicht. Okay. Okay. Aber meine würde ich jetzt nicht getrauen auf den Tisch. Das wäre mir jetzt ungenehm. Ich finde es jetzt noch easy. Aber das ist eben auch… Es muss die richtige Höhe haben. Es muss ein bisschen weicher sein. Ah, Details sind wichtig. Details sind wichtig. Ja. Also. Ich sage es nicht nochmal, aber… Der Stoff darf nicht zu heikel sein wegen dem Glass. Jetzt kommt's. Der, den ich habe. Achtung, auch noch so etwas. Ja. Ja. Komplett abziehbar, waschbar. Aha, super. Und gibt noch 15 oder 20 andere Farben. Perfekt. Das heisst, wenn ich ein neues Sofa will in vier Jahren, dann bestelle ich einfach einen neuen Bezug. Hey. Ich würde sagen… Weisst du, wie ich meine? Ja. Du weisst, du hast mir dein Sofa schon verkauft. Ich habe dann auch das Gleiche. Das weisst du schon genau. Würde mich nicht stören. Ohne Scheisse. Dann kommen wir nächstes Mal, wenn wir mein zweites Soloprogramm, du den Regie machst, kommen wir dort, hockst du auf dem Sofa. Ja. Und dann ist wie zuhause. Genau. Und dann stehe ich mit dem Glacierlöffel dort. Super. Und performe. Das klingt gut. Das klingt gut. Das… Ja, weisst du, ich muss jetzt langsam… Ich bin jetzt schon… Jetzt muss ich mir langsam wieder Gedanken machen. Jetzt bist du langsam in der… Ja, weisst du, ich habe jetzt einen Termin für Terniere von meinem Programm. Das ist im April nächstes Jahr im Kauflöten. Was mega cool ist, weil ich eigentlich gar nicht mehr mit dem gerechnet, dass ich das noch im Kauflöten spielen könnte. Weil ich kann es ja im Comedy House spielen. Ich spiele Teleguacamole viermal, glaube ich. Also wirklich kann es gemulchen in Zürich. So. Und bin dann auch ein bisschen umeinander in der Schweiz. Und dann habe ich das Vorprogramm von Fabio Lander gemacht. Und sie vom Kauflöten hat das recht cool gefunden. Die 10-12 Minuten. Und ich fand mal, komm, das machen wir jetzt. Und jetzt habe ich einen Termin für eine Terniere im April. Sehr geil. Und mit dieser Terniere… Welcher Raum? Der bei der WC? Der mit dem… Ah, der hat das WC? Ah ja, vor. Beim Eingang. Im Eingangsbereich. Nein, aber jetzt… Das ist jetzt eben so das Ding, weil vorher ist es für mich immer… Ich habe ja nie… Weil es mein erstes Programm war, das ist ja quasi… Da haben wir ja zusammen gesagt, komm, wir machen einfach mal einen Termin. Und dann schaue ich… Genau. Und so ist es jetzt eigentlich während zweieinhalb Jahren gelaufen. Oder… Zwei Jahre? Ja, ich weiss, ich bin halt nicht mehr darüber sicher. Ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt gelaufen. Und jetzt ist wirklich so der Moment, wo ich so weiss, okay, im April, es wird jetzt wirklich der Letzte sein. Weil sonst hätte ich immer sagen können, ja gut, mach ich da nochmal. Ja, ja. Und das ist jetzt wirklich deklariert als Terniere. Das heisst, das ist die letzte Chance im April, um das Programm zu schauen. Und… Und nachher ist es so, okay, shit. Aber dann musst du mit etwas Neuem kommen. Mhm. Und darum habe ich jetzt wirklich erst in der letzten Woche wieder angefangen mit Gedanken zu machen. Okay, was… Was mache ich denn? Und dann… Ja, bin ich wieder so ein bisschen mit dem Kopf in den Situationen gewesen, wo wir zusammen an dem Programm gewesen sind und so. Und… Ja, muss mir meine Gedanken machen. Sehr gut. Ja. Ja, ja. Aber es ist… Das Problem ist, was du gesagt hast, beim ersten Programm ist es wirklich so, du kannst ja schöpfen aus… Was sind das gewesen? Fünf Jahre, als ich schon Comedy gemacht habe. Aber wenn wir ehrlich sind… Und jetzt muss ich wieder bei null anfangen, weißt du? Ja, aber wenn wir ehrlich sind… Ja. So viel hast du gar nicht aus dem geschöpft. Das stimmt, ja. Und das ist ja genau das… Es lehrt einem ja mehr den Prozess… Ja. Vor Sachen, Karriere für ein Programm. Oder? Was ich eben noch schön finde. Ja. Und nicht immer so, ah ja, ich warte jetzt zehn Jahre, bis ich mein Material zusammen habe. Und das wird dann auf dem Programm, sondern es ist mehr so… Ja. Mit eben noch einer Idee, einer Thematik und so. Auf einmal entsteht ein Zeugs. Voll. Weil du hast ja extrem viele drin gehabt, von denen du auf Mexiko schreibst. Ja, genau. Ja, ja. Also… Nein, nein, sicher. Absolut. Es ist jetzt nicht einfach das Best-of von fünf Jahren. Ich merke ja sogar jetzt im jetzigen Programm, hey, ich habe jetzt wieder neue Sachen geschrieben, die ich schon viel besser finde. Oder irgendwie… Oder zum Teil einfach jetzt wieder auch mehr fühlen. Also weisst du, die Thematik hat sich ja geändert. Jetzt in meinem Programm rege ich mich auf, gehe zu Anfangs 30 und branchen und so das Lebensgefühl und so Nachhaltigkeit und so das Hipstertum und so. Und jetzt merke ich, ah, plötzlich eben sind so Geburtenabteilungen ein Thema. Und es ist auf dem Spielplan. Logisch, ich will nicht das Kinderprogramm jetzt als zweites schreiben. Ja, ja. Weisst du, das finde ich dann auch langweilig. Der Mittermeier hat das mal gemacht und einfach Achtung, Baby. Und dann ist es nur noch ums Baby gegangen und ich bin irgendwie 17 und so gefunden. Interessiert mich alles. Also weisst du, das sollte ja schon auch alle Leute ansprechen. Aber ich merke, die Themen haben sich mega verschoben. Und auch so die Ideen irgendwie sind ganz neu. Und ich merke jetzt, es ist wirklich jetzt auch so Zeit, um etwas Neues zu schreiben. Und ich habe irgendwie auch Lust auf das. Das einzige Problem ist die Zeit. Wann mache ich das? Das muss ich mir dann irgendwie noch herausfinden, wenn das möglich ist. Aber ja. Der Deville hat immer gesagt, mit Kindern ist es sogar einfacher. Weil du hast nur begrenzte Zeit. Das heisst, du nutzt die dann. Das heisst, du weisst, irgendwie am Morgen die zwei Stunden. Das ist jetzt Programm. Ja, man ist etwas effizienter. Genau. Boundaries of Space and Time, hat ja John Cleese immer gesagt. Du hast nur dieser Zeitframe. Und du bist jetzt gerade an diesem Ort und dort muss es passieren. Ja. Und das löst wieder irgendetwas aus. Ja. Ich habe immer gut nach dem funktioniert. Ja, ja. Aber ich musste mir die immer geben. Ja. Weil ich habe jetzt nicht gerade Anschein, ich habe nur zwei Stunden Zeit. Du hast einfach gesagt, ich mache einfach mal das Datum für die Premiere. Ich glaube, das wird dann irgendwann auch der Weg sein. Und dann ruhe ich halt. Ja. Ja. Aber, ja. Ich komme dann wieder auf dich zu. Das ist gut. Wenn du noch mit mir zusammenarbeiten möchtest. Natürlich. Das ist die andere. Dann machen wir ein Klasse-Männchen. Ja. Klasse-Männchen. Nein. Was haben wir? Okay. Das liegt jetzt noch perfekt für dein, ich glaube schon der Letzte. Feel good. Ah ja. Ich habe zwei noch. Zwei noch? Ja. Fünf. Ich weiss nicht mehr. Also gut, das ist eigentlich fast etwas. Oder haben wir erst Dreh gemacht? Eh, bring mal. Das ist ein doppelter. Also das ist mal, das passt eben zum Thema wieder. Das ist eine Schlafmaske, das ist mehr symbolisch. Ja. Ich habe gemerkt, ich lieber schlafen. Ja. Schlafen. Ist halt auch etwas, das ich weniger gemacht habe. Und generell einfach so, das ist jetzt ein wenig weg von dieser Maske, von dieser Schlafmaske. Aber so Zeit für einen selber. Mhm. Ich war letztendlich allein in einem Restaurant zu essen. Und das konnte ich bis jetzt nur im Ausland, beim Reisen. Ja. Weisst du, da war ich auch in Südostasia, bin ich allein unterwegs gewesen und dann war es easy mit einem Buch ins Resti. Aber so in Zürich hätte ich das nie gemacht. Ja. Und jetzt, seit dem Kind, ist es wirklich so, wenn ich mal so einen Nachmittag habe für mich und wirklich so, den nehme ich mir jetzt raus, dann bin ich wirklich mal wie ein Italiener einfach zu essen. Und ich habe es so geil gefunden. einfach so diese Me-Time. Weil es ist so, ich merke, dass ich das jetzt viel mehr geniesse wie vorher. Ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne Zeit hatte für mich selber. Aber das, so einfach Mieter, eben sechs Mal ausschlafen oder Sex einfach, ähm, ja, einfach wirklich allein etwas machen. Und das, das, das habe ich neu entdeckt im letzten Jahr. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich schaffe es in, in der Schweiz schaffe ich es nicht unbedingt. Sprich, in meiner Stammbar. Jetzt habe ich auch schon ab und zu alleine gegessen. Ja. Aber das ist doch nicht wirklich alleine, weil du kennst Leute und so. Äh, aber wenn ich, wenn ich irgendwie in Deutschland spiele, äh, dort habe ich jetzt sogar mittlerweile an, 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 in den einzelnen Städten, habe ich zum Teil schon die Restaurante, wo ich weiss, wo ich hinzugehen, allein gehen, essen. Das ist auch super. Und, und was richtig geil ist, ich, also ich habe dann das Handy, vielleicht habe ich es dabei, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich dann die ganze in dem Handy irgendwie noch Insta-Tour scrollen oder was weiss ich, sondern es ist dann wirklich so fest Mietheim, dass ich einfach dort hocke. Und einfach so, geil, jetzt kommen wir irgendwie. Das eine ist selber als ein Italiener, oder? Ja. Völlig einfache Italiener. So, geil, jetzt kommen wir die Spaghetti. Dann hocke ich einfach dort. Und sogar, wenn ich daheim isse, eben, irgendwie, manchmal schaue ich noch etwas dazu. Ja. Oder bin noch so nebenbei am Schaffen, weisst du so. Und dort ist dann wirklich so, nein, ich hocke jetzt einfach hier und ich esse jetzt einfach der Tello Spaghetti. Das letzte Mal hatte ich sogar so als Paarli gegenüber, weisst du, weil sie gefunden haben ein Restaurant, ein Spumms-Volk. Ist okay, wenn die zu euch sitzen? Ja. Das ist irgendwie der Bruder von dem. Und ich so, ist mir alles egal, hocke da vorne. Und die haben dann auch nicht miteinander geredet, oder so. Das heisst, es sind einfach so drei Leute, die einfach so von sich dann. Das heisst, es sind sich eh nicht mehr zu erzählen wahrscheinlich. Genau, aber voll geil gewesen. Voll geil gewesen. Eben, es ist so, das stimmt, weil daheim macht man es ja auch oft allein essen, aber eben dann läuft entweder irgendwie der Fernseher. Ja, ja. Eben, man ist noch irgendein Mail noch schnell oder noch am Handy. Aber so in ein Restaurant sitzen und in die Leere raus schauen, ist etwas Absurdes. Dabei ist es eigentlich eben etwas, es ist irgendwie etwas Entspannendes. So und ich habe, ich glaube so, wenn man andere Leute, die alleine essen gehen, beobachten in einem Restaurant, hat man irgendwie immer so ein Gefühl von Mitleid. So, ah, schau, der hat keine Freunde. Weisst du so? Und irgendwie so das Gefühl überwinden von… Nein, es ist eben eigentlich, ich mache das ja aus freiwillig. Mhm. Es ist nicht, weil ich niemand habe, sondern weil ich niemand will haben. Ich sitze jetzt alleine hierher. Ja. Ich hätte jetzt schon vielleicht noch einen Kollegen anrufen und fragen, ob er noch Zeit hat. Aber eigentlich, ja… Ich habe Angst, dass das irgendwann einreisst und ich so ein Einzel-Gänger wird. So, weil ich das ein wenig zu fest geniesse. Ich muss mich dann zusammenraffen und sagen, nein, nein, es ist schon auch cool mit Leuten und so. Aber ich glaube, wenn man dann wieder zu viel Zeit alleine… Eben, zu dem kommt es ja gar nicht jetzt in meinem Leben. Zu viel Zeit alleine verbracht hat, dann will man ja auch wieder Gesellschaft. Aber im Moment habe ich einfach immer viel… Es läuft immer viel herum und dann geniesse ich das mega fest. So, einfach mal ein wenig… Das fährt ja schon an bei einem Kaffee. Mhm. Das ist auch so etwas, entweder du gehst in einen Kaffee zum Arbeiten oder du gehst mit jemandem in einen Kaffee. Ja. Aber einfach mal in einen Kaffee sitzen und sagen, ich trinke jetzt einen Espresso. Ja. Und vielleicht nochmal einen. Ja. Und dann bist du eine halbe Stunde da gesessen und sagst, okay, jetzt gehen wir wieder. Ja. Das sind so… Da bin ich natürlich auch schon so ein bisschen der Boomer und wenn ich dann noch mit so einer Zeitung rumliege, dann würde ich erst so einen Kaffee sitzen und dann so den Tagesanzeiger lesen. Ja. Aber wirklich so eine printed Ausgabe. Ja. Also nicht irgendwie vom iPad. Grossartig. Mega geil. Ja. Vor allem, wenn sie noch den Holzstecken haben. Ja, genau. Wo sie reingespannt sind. Weil du nicht klauen kannst. So geil. Ja, ja. Nein, das ist schon… Sehr schön. Und das andere… Achtung. Das gehört noch zu dem. Bevor du zu dem kommst. Mir ist eingefallen, was ich noch sagen wollte, wo wir es damals von Coverbands gehört haben. Weil, du bist auch in Südostasien gewesen. Du hast vorher gesagt, darum müssen wir wieder in den Sinn kommen. Ja. Was ich geil gefunden habe in Thailand, wo du gesagt hast, es gibt eine Coverstage am SIGET. Ja. In Thailand ist ja… Die ganze Musik, die läuft, sind alles bekannte Hits, aber nicht die Originalversionen, sondern auch so Thai-Covers. Ja. Ist das auch gefallen? Ja. Super geil. Was dort lustig ist in Thailand, ist so, sie singen dann Englisch zum Teil. Und man versteht es aber nicht. Man hat das Gefühl, es sei Thai, aber es ist eigentlich Englisch. Ja. Und es ist wie eine eigene Sprache, es ist so Thai. Und es ist einfach ein bisschen lustig. Und ich habe nie gecheckt, warum. Ob es irgendwie ist, damit es mehr Identifikationsgefühle gibt. Ja. Oder ist es irgendwie etwas Finanzielles, dass du sagst, wir wollen nicht Original spielen, weil das kostet. Also, weisst du, ich bin nie ganz daraus gekommen, warum. Aber es ist einfach so, ich habe zuerst wirklich gedacht, irgendetwas stimmt mit meinem Hirn nicht. Ja. Weil du sitzt nebenan und sagst, ah, weisst du auch nicht, Ed Sheeran. Mhm. Und dann ist es einfach nicht ganz Ed Sheeran, weisst du so. Ja. Aber alles klingt genau gleich. Die Instrumentierung klingt gleich, die Stimme nicht ganz eben, aber weisst du so. Und dann bist du so, hä? Und dann hat irgendwie ein nächstes Lied und ein nächstes Lied. Weil ich also vier, fünf Tage gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass das einfach so konstant immer so ist. Aha. Also das habe ich nicht gecheckt. Ich habe es mehr so gesehen bei einem Live-Auftritt von so einer Band. Nein, 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 sondern wirklich. Ist doch nicht das Konzept nicht. Du sitzt in einem Restaurant oder was weisst ich. Ja. Und es läuft zum Teil auch recht laut. Ja. Ja, nein. Läuft Musik und dann bist du so, hä? Hä? Mit allem Möglichen. Alles Möglichen. Lustig. Aber ich kann selten, ausser eben, es ist irgendwie, keine Ahnung, bist du mal an einer Strandbar und es läuft dann wirklich Party-Sound. Dort sind es dann die originalen Songs. Aber sonst ist es immer so Cover. Ich weiss nicht, ich habe noch nie so einen Channel gefunden. Gibt es sicher irgendeinen YouTube-Channel, wo du sagen kannst, Thai-Cover. Garantiert. Was auch immer. Ja. Aber. Lustig. In diesem Fall das letzte Feelgurt? Ja, ich weiss gar nicht. Habe ich jetzt eins? Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, nein, das ist, äh, ich habe auch die Schwimmbrille mitgenommen. Das ist auch so. Das ist aber, kannst du die mal anziehen? Die ist, die ist ja mega verkratzt. Die sieht aber nach sehr, sehr schnittigem. Nein, das ist im Fall ein günstiges Modell. Ah, okay. Aber das Problem ist, dass es, äh, es hat wirklich keine, also weisst du, wenn die Sonne so innen scheint am Blenden zu hören, sie ist wie nicht, äh, sie ist wie weiss. Ah, okay. Und sie ist mega verkratzt. Und was ich auch nicht checken, vielleicht kann man da auch mal jemanden einen Tipp geben, die, sie läuft mir wirklich immer. Ich glaube, man hat mit Speuz reingetut. Das habe ich auch gelernt. Ah, ja, ja. Und nachher, dann hätte es, glaube ich, länger. Aber ich habe immer das Problem, dass so, etwa so nach 20 Minuten ist sie angelaufen und dann, dann bist du wirklich so einer Parallelwelt, wo du auch nichts mehr siehst, wo du einfach so, wie so ein Blindflieger irgendwo immer durch. Ist die zum Schnarcheln? Hey, nein, das ist einfach eine normale Schwimmbrille. Okay. Mit dieser schwimme ich. Das ist jetzt etwas, wo ich den Sommer einfach sehr viel, jetzt der August ist wirklich super gewesen. Ich bin sehr viel im See gewesen, wenn ich einfach immer, wenn ich konnte. Ja. Und ja, das ist für mich, ich bin absolute Wasserratte. Darum, das ist etwas, was auch so Ausgleich ist für mich. Mega fest. Schwimmen. Einfach. Und dann gehst du schwimmen, schwimmen, schwimmen? Einfach schwimmen. Nur Brust meistens. Okay. Einfach Längen oder durch den See durch. Ja. Am Morgen kannst du von der Fahrer noch kein Schiff und so. Kannst du vom Outdok gehen in Zürich, um zu den Badi Engi über schwimmen. Und dann kannst du eigentlich den See queren. Und dann sind immer so Gruppen von Leuten, die vor dem zu arbeiten. Weißt du, das ist ab 7 Uhr am Morgen offen. Einfach quasi dorthin und her eigentlich zu schwimmen. Und es ist eben so eine mega geile Atmosphäre. Weil irgendwie es ist so, wir sind die einzigen Leute im See. Und es ist wie so, es ist wie so die verschworene Gemeinschaft. Es gibt so Gruppen, weil man redet nicht wirklich miteinander. Aber jeder weiss, okay gut, ich mache jetzt. Man macht jetzt einfach einmal rüber und wieder zurück. Dann ziehen sich alle an, trinken einen Kaffee und gehen arbeiten. Und ich finde, das ist so, ich kann es leider viel zu wenig machen, weil ich einfach nicht dazukomme. Aber immer, wenn ich das mache, finde ich das so grossartig. So vor dem Schaffen schwimmen. Erkennst du auch mittlerweile Leute dort? Ja, ja. Ja. Aber das ist so, ich bin dann nicht so ein, ich rede. Ich würde dann nicht irgendwie an dem Alltag anfangen. Aber ich weiss, wer, wer damit kommt und geht und so. Und das ist so. Aber eben für das ging auch zu wenig, um wirklich Part zu sein von der... Ja. Ich habe das Gefühl, es ist wie so eine, so eine Gemeinschaft von Leuten, die einfach dorthin gehen und irgendwie, aber ihr ein Ding machen und dann gehen sie wieder. Und jeder geht dann wieder irgendwie sein, sein Alltag. Das ist irgendwie so ein schöner Moment. Und wenn ich könnte, würde ich das jeden Morgen machen. Aber erstens ist es nicht, wenn es nicht das ganze Jahr Sommer. Und zweitens habe ich einfach nicht, ja, dann muss ich irgendwie die Kleinkitte bringen und so Sachen und Sachen. Ja, ja, ja. Aber es ist, ich finde etwas mega Schönes, wenn es am Morgen geschwimmen, so. Wenn das Seino so schön flach ist, weisst du so. Oh nein. Ja. Herrlich. Ich gehe ja sehr gerne in den Rhein zu schwimmen. Ja. Und ich bin wieder an dem Punkt, weil jetzt haben wir ja September und so. Ich bin wieder an dem Punkt, wo ich so finde, gehe ich jetzt endlich immer. Ja. Nicht jeden Tag, aber auch wenn November ist und wenn Dezember ist, gehe ich gleich auch schnell in den Rhein. Mhm. So. Du müsstest es jetzt ab jetzt einfach durchziehen. Richtig. Mit der Temperatur, die man langsam an hat, jeden Tag hat, das ist glaube ich nicht so schwierig. Also nicht so schwierig. Also ich finde es eh, ich nehme auch ein Eisbad, wenn ich hatte. Ja. Also weisst du, ich finde es wirklich geil. Wie heisst das Eis? Jojo. Ich habe keine Wanne extra und all dieses Zeug so. Ja. Hast du das sehr gut für das Immunsystem? Eben, es ist voll geil. Also ich fühle mich auch wirklich gut nachher. Ja. Aber weisst du, ich habe so, ich habe zum Beispiel so Eispacks. Mhm. So, eigentlich so für so Kielboxen. Ja. Und von denen habe ich einfach wirklich mal X bestellt und ich habe eben noch ein separates Gefrierfach. Ah, schau jetzt mal. Weil ich auch nur so einen kleinen mit so einem Ding, oder? Und danach habe ich aber noch einen separaten Kielschrank und dort einen separaten Tiefkieler. Und dort habe ich einfach, ist voll mit diesen Packs. Ja. Und das ist dann mangenmässig, ist das dann, ist das recht geil. Kannst du das zum Beispiel in die Badewanne schmeissen, kaltes Wasser, das funktioniert schon. Ja. Aber noch viel geiler ist es wirklich so. Eben zum Beispiel mit dem Sven, dort im Wallis, hat es so eine Dorfbrunnen gehabt, die einfach so, auf die oberste Schicht ist einfach schon eingefroren gesehen. Nur dort, wo der Brunnen noch läuft, ist es noch nicht gefroren gesehen. Das heisst, dort hättest du einfach zu hinein gehören und hättest du unter die Eisschicht liegen. Das nach der Sauna ist natürlich der Absatz. Ja gut, aber es hilft schon, wenn du vorher noch schnell in die Sauna bist, so nicht. Hey, ja. Also du läufst dann halt zuerst noch ein bisschen draussen. Aha. Okay, dann ist es schon wieder kalt. Nein, nein, aber ich, ich tue auch, ich tue auch gerne im kalten Schwimmen und so. Ja. Also, eben darum, ich sollte es einfach mal weitermachen. Mhm. Ja, dranbleiben. Aber ja, eben das Ding ist, dann musst du, bist dann jeden Tag auch dort. Aber ja, man findet immer Ausreden, gell? Natürlich. Aber eigentlich, eigentlich, weil das jetzt, jetzt ist der See ja auch schon so lange warm, äh, könnte ich mir eigentlich auch vornehmen. Darum habe ich es jetzt eben gesagt. Ja. Es war ein Anstupf gewesen. Ja. Ja, ich sehe ja schon die Leute an mich, das meiste Senioren, die das machen. Ja. Ich denke, ah moll, das wär's. Ja, weil es krass ist, sobald du aussteigst, ist es ja nicht mehr kalt. Ja. Also. Es ist einfach in dem Moment, oh, weisst du, wenn es so richtig schmerzt auf der Haut, das ist ja so... Geil. Ja, okay. Ich sehe, ich habe ein neues Winterprojekt, danke vielmal. Es gibt ja, dort bin ich auch noch nie gesehen, aber ich glaube, gerade eben eine enge, dort gibt es ja irgendwie im Winter Sauna. Ja, es gibt eine, ja. Und die Leute gehen nachher in den See, oder? Ja, aber eben, das finde ich nicht so schlimm. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn ich in den Sauna war, da bist du ja so aufgehitzelt, dann findest du es auch geil. Aber einfach ohne Vorwärmung sozusagen, ohne Vorwärmung, einfach in den See hinein. Der Dodo macht's. Schon. Der Dodo geht, glaube ich, immer ins Wasser. Ja. Egal, wenn... Ja. Aber eben, die machen ja dann zum Teil noch irgendwie da, wirklich noch irgendwie bis zu den Bäumen raus, oder irgendwelche Längen. Und ich dachte, boah, so schnell hin und raus, okay. Ja, von dem habe ich schon, also ich kann schon gerne, wenn es so 2, 3, 20 Grad ist, das Wasser eigentlich. Wirklich? Es muss jetzt nicht 10 Grad sein. Ja. Ich finde es aber wirklich noch... Aber ja, es hat natürlich etwas Frischendes. Wenn du mal, wenn du mal würdest wollen, ja, äh, den Winter, ja, und ich auch in Zürich wäre dann, können wir zusammen gehen. Sehr gut. Das wäre ein gutes Winterprojekt. Das wäre vielleicht auch noch ein gutes Cover, dann für das, für das, für das, ja, so aus dem, aus dem Eissee, so irgendwie, mit, mit dem Glasser. Mit dem Glasser. Und du hast ein bisschen vom, du hast ein bisschen vom, vom, vom Eis unten, hast du schon auf, aufgezogen in so einer Kugel. Gelati di Lego. Aha, ich gehe ganz so gut. Ja. Aha, weisst du, was ich nicht gerne habe? Also das, ah, eben so gefrorenes Eis, so richtig Eis. Ah, wenn es so kratzt. Ah. Puh, okay, schau, es ist viertel vor. Ich glaube, wir sind zeitlich perfekt, oder? Super, ja. Dass du zu deinem nächsten Meeting kommst. Ja, jetzt muss ich noch eine Sitzung, hei, hei, hei. Man weiss, Business da, oder? Aber ich habe es sehr schön gefunden. Ebenfalls, ja. Danke für deine Vielgutes. Ich habe vorgeschlagen, dass wir noch das Lied zum Schluss hören. Ah, das da, ja. Warte mal. Das kann ich dann, ja. Und nachher sagen wir nichts mehr. Darum, danke Christoph. Schön, dass du hier war, Philipp. Danke vielmal. Gute Shows weiterhin. Du musst es ganz nahe, an mich halten. Ja. Ah, ich glaube, da kommt es raus. Was war schon ein Tнов, du musst es ganz nahe, du musst es rein, du musst es rein, Du musst es rein, Ich habe jetzt einen Töchter in der Nähe und Leitungen. Töchter jetzt haben wir uns heute das Eiweller, wenn es jemand nicht um aus dem Park, zum nächsten Mal, zum nächsten Mal. Und dann haben wir uns alles gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.